Musik Es macht im Moment überhaupt keinen Sinn, die Laufzeiten für Kernkraftwerke zu verlängern. Musik Kein einziges deutsches Kernkraftwerk wäre heute genehmigungsfähig. Musik Wir bürden unseren Nachkommen da eine Last auf, die aus meiner Sicht ethisch nicht mehr verantwortbar ist. Musik Der Kampf um die Kernkraft ist neu entbrannt. Musik Regierung und Atomindustrie wollen längere Laufzeiten, bis zu 28 Jahre. Abschalten wie beschlossen oder weiterlaufen lassen. Deutschland muss sich entscheiden. Musik Wir haben im Moment die Chance, diese Entscheidung richtig zu fällen, aber die Regierung schickt sich an, die Weichen genau in die falsche Richtung zu stellen. Musik Ja, wir brauchen das, verlängerte Laufzeiten für Kernkraftwerke. Ich bin nicht bereit, die Entsorgungsfrage als ungelöste Frage den nächsten zukünftigen Generationen zu überlassen, meine Damen und Herren. Wir wollen unsere Klimaziele erreichen, richtig. Und deswegen wird die Kernenergie als Brückentechnologie für eine Zeit lang noch eingesetzt werden müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Musik Bier. Der Deutschen liebstes Getränk. Auch Herrle Gold schmeckt am besten schön gekühlt. Gottfried Herrle führt die mittelständische Brauerei im Allgäu in vierter Generation. Mit Erfolg. Gerade im Sommer muss das Bier immer schön gekühlt sein. Null Grad sind ideal. Das braucht viel Strom. Und der wird immer teurer. Zwischen 2002 und 2007 ist bei uns der Strompreis um über 120 Prozent gestiegen. Das heißt, er hat sich mehr als verdoppelt. Das geht natürlich an den Geldbeutel und da haben die Energiekonzerne ganz ordentlich zugelangt. Die Biobrause Seezüngle. Neueste Spezialität der Brauerei. Herrle muss scharf kalkulieren, um mit der Brauerei über die Runden zu kommen. Sein Stromversorger ENBW habe es da einfacher. Gottfried Herrle ärgert sich, dass die Konzerne Preise machen, wie sie wollen. Ich kann Ihnen sagen, 2007, da ist mir der Kragen geplatzt. Da habe ich bei der ENBW gekündigt und habe gesagt, so geht es nicht weiter und bin auf einen anderen Stromanbieter umgestiegen. 27. September 2009. Die Wahlsieger feiern. Sie versprechen, Strom wird günstiger, dafür aber sollen Atomkraftwerke länger laufen. Schwarz-Gelb ist jetzt an der Macht und will ein Wahlversprechen wahrmachen. Den Ausstieg aus dem rot-grünen Atomausstieg. Die Koalitionsverhandlungen begleitet von Protesten. Union und FDP besiegel ihre Pläne. Kernkraft hat plötzlich wieder Zukunft. Die Wende in der Atompolitik. In Deutschland steigen wir aus. Das treibt die Preise nach oben, wickelt die Forschung ab, ist schlecht für die Umwelt, schlecht für die Wirtschaft und ist unsozial, gerade für die, die hohe Preise zu tragen haben zu Hause. Und wir wollen nicht, dass die Strompreise so weiter steigen, dass sie zu einem Luxusgut werden und der Einzelne sich nicht mehr entsprechend mit Energie kostengünstig versorgen kann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollen die Laufzeit der Kernkraftwerke verlängern, weil sie sicher sind und weil wir das brauchen. Biblis. Eines der ältesten Kernkraftwerke Deutschlands. Eine Geldquelle für den Energiekonzern RWE. Allein 2009 600 Millionen Euro Gewinn. Volker Heck ist RWE-Sprecher. Einzig der Stromkonzern aus Essen ist bereit, sich vor der Kamera zu den Plänen der Atomwirtschaft zu äußern. Keine Interviews von E.ON, Vattenfall und ENBW. Die Position von RWE eindeutig. Kernenergie sei gut für Verbraucher, Wirtschaft und Klima. Eine Laufzeitverlängerung notwendig. Die deutschen Kernkraftwerke sorgen für eine stabile, wettbewerbsfähige Grundlast, also Strom, der rund um die Uhr produziert wird und damit auch für eine sichere Versorgung dieses Industriestandorts. Wenn wir unsere Kunden fragen, ist für die das Thema Preiswürdigkeit ganz weit oben. Und die Kernenergie sorgt dafür, dass die Preise stabil bleiben, respektive gegenüber dem Ausstiegsfall deutlich niedriger ausfallen können. Berlin-Regierungsviertel. Professor Olaf Hohmeier ist offizieller Ratgeber der Bundesregierung für Umweltfragen. Berufen von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der Ökonom erforscht seit Jahren Deutschlands Energiezukunft. Er und der Sachverständigenrat haben nachgewiesen, der Atomausstieg ist machbar. Den Atomkurs der Regierung hält er für falsch. Der Ausstieg aus dem Ausstieg ist offensichtlich ein Gefallen, den man vor langer Zeit schon großen Energiekonzernen versprochen hat. Er macht inhaltlich keinen Sinn. Das ist im Moment die völlig falsche Entscheidung energiepolitisch. Wir müssten den Ausstieg aus der Kernenergie weiter durchziehen. Und nutzt denn die Laufzeitverlängerung überhaupt dem Verbraucher? Nein, längere Laufzeiten für Kernkraftwerke bringen zwangsläufig höhere Gewinne, aber bestimmt nicht zwangsläufig niedrigere Strompreise. Der Grund, Kernkraftwerke wie Biblis stellen Strom zwar billig her, für rund zwei Cent die Kilowattstunde. Doch das kommt beim Kunden nicht an. Denn der Strompreis wird an der Börse gemacht. Da wird er durch Handel und Spekulation teurer. Die Folge für den Verbraucher, ob Atommeiler laufen oder nicht, für die Stromrechnung spielt das so gut wie keine Rolle. Wir haben im Jahr 2007 eine Situation gehabt, wo fast die Hälfte der deutschen Kernkraftwerke nicht am Netz waren. Aus Sicherheitsgründen, aus Wartungsgründen. Und wir haben auf den Strommärkten überhaupt keine Reaktion gesehen. Die Hoffnung auf sinkende Strompreise durch Laufzeitverlängerung gehört zu den großen Mythen der ganzen Debatte. Felix Mattes hat genau berechnet, wie viel Geld eine Laufzeitverlängerung den Energiekonzernen zusätzlich in ihre Kassen spült. Im Sommer 2010 sind in Deutschland 17 Kernkraftwerke in Betrieb. Jeder dieser Meiler fährt täglich rund eine Million Euro Gewinn ein, wenn er denn läuft. Längere Laufzeiten wären ein Milliardengeschäft. Beim gegenwärtigen Strompreis und bei acht Jahren längerer Laufzeit kassiert Vattenfall rund 3,7 Milliarden Euro zusätzlich. Zusammen sind das über 50 Milliarden Euro. Sollten die Laufzeiten gar um 28 Jahre verlängert werden, könnten die Zusatzprofite der Kraftwerksbetreiber auf über 225 Milliarden Euro steigen. Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken sind der einzige Garant, dass die großen Stromproduzenten ohne Veränderung ihres bisherigen Geschäftsmodells weiterhin Milliardengewinne schäffeln können. 11. Juni 2001. Rot-Grün beschließt den Atomausstieg. Zusammen mit den großen vier Energiekonzernen. ENBW, RWE, die norddeutsche HEW und E.ON hatten sich verpflichtet, ihre Kernkraftwerke Schritt für Schritt abzuschalten. Nach insgesamt 32 Betriebsjahren sollte endgültig Schluss sein. Die Vereinbarung ist ein erster Schritt. Entscheidend ist, dass beide Seiten sich auch in Zukunft an ihren Inhalt und Geist gebunden fühlen. Wir sind dazu bereit. Von dieser Bereitschaft wollen die Konzerne heute nichts mehr wissen. Das ist ein Wortbruch. Ehrbare Kaufleute handeln anders. Dieser Ausstieg wurde bezeichnet als Bestandteil eines umfassenden Energiekonzeptes, das noch erarbeitet werden sollte. Und die Konzerne haben sich verpflichtet, genauso wie die Bundesregierung, für die Umsetzung dieser Vereinbarung dauerhaft einzutreten. Wir werden nicht vertragsbrüchig. Wir haben damals die Vereinbarung unterschrieben. Haben sehr deutlich damals schon darauf hingewiesen, dass für uns die Kernärgie ein wichtiger Bestandteil ist. Die Verhältnisse, die Rahmenbedingungen, unter denen wir handeln, haben sich massiv verändert. Nur mit Atomstrom sei der politisch geforderte Klimaschutz zu erreichen, behaupten die Konzerne. Tatsächlich gehe es ihnen um Rendite, entgegnen die Kritiker. Und Energiemanager sind erfinderisch, wenn es darum geht, den Atomausstieg zu unterlaufen. Beispiel Neckar-Westheim 1, ein Kernkraftwerk der ENBW. Dem zweitältesten Atommeiler Deutschlands droht das aus. Kurz vor der Bundestagswahl 2009 ist die vereinbarte Restlaufzeit fast verbraucht. ENBW hat ein Problem. Und eine Idee. Ein internes Strategiepapier belegt die Schattenplanung des Konzerns für das Kraftwerk Neckar-Westheim 1. Damit der Atommeiler weiter Gewinne abwirft, denken sich die Manager Optimierungsmöglichkeiten aus. Konkret den Verzicht auf Stromerzeugung, um die vereinbarte Reststrommenge heimlich über den Wahltag hinaus zu strecken. ENBW kennt den denkbaren Vorwurf. Wer Kraftwerksleistung zurückhält, gerät in den Verdacht der Preismanipulation. Vorbeugend wollen die ENBW-Strategen ausgewählte Kreise einweihen. Die Spitze der Landesregierung Baden-Württemberg, die CDU und FDP im Landtag und das Kanzleramt. Hans-Peter Willis ist Vorstandsvorsitzender der ENBW. Wir wollen wissen, wie der Energiekonzern seine Schattenplanung rechtfertigt. Der Pressesprecher greift ein. Interview unerwünscht. Brauerei Herle. Der Chef war ENBW-Kunde. Heute lässt er sich nichts mehr vormachen. Sinken der Energiepreise durch längere Laufzeiten? An dieses Versprechen von Politik und Atomwirtschaft glaubt er nicht. Das halte ich für ein Märchen. Die Strompreise sind in den letzten Jahren sehr stark gestiegen, um über 50 Prozent, insgesamt trotz Atomkraft. Und ich gehe nicht davon aus, dass sich das in Zukunft ändert. Die Ursachen für die hohen Strompreise, die liegen in unseren Monopolstrukturen. Und die werden genau durch diese Laufzeitverlängerung zementiert. Jeder, der behauptet, dass über eine Verlängerung der Atomkraft tatsächlich Preissenkungen möglich wären, der lügt sich was in die Tasche. März 2010. Für den Atommüll muss der neue Umweltminister Norbert Röttgen ein Endlager finden. Er verkündet, Gorleben soll weiter erkundet werden, ausschließlich Gorleben. Alternativen werden nicht gesucht. Wieder kommt es zu Protesten. Beim Endlager geht es um die Schlüsselfrage der Atomwirtschaft. Schwarz-Gelb verspricht eine Lösung. Ich bin nicht bereit, die Entsorgungsfrage als ungelöste Frage den nächsten zukünftigen Generationen zu überlassen, meine Damen und Herren. Deswegen wollen wir klären, ob der Standort Gorleben geeignet ist. Gorleben ist ein grundsätzlich geeigneter Standort. Warum? Wenn 30 Jahre untersucht wurde, wenn 1,5 Milliarden Euro Steuergelder ausgegeben und warum erneut anfangen, das führt nur zu einer extremen Verzögerung. Das Bergwerk Gorleben. Eine Festung im Wald. Andreas Graf von Bernstorf wehrt sich seit 33 Jahren gegen ein Atommüllendlager auf seinem Grund und Boden. Er findet es verantwortungslos, dass die Politik einseitig auf Gorleben gesetzt hat. Keiner hat Bernstorf bisher erklären können, warum ausgerechnet sein Land für den Atommüll der beste Platz sein soll. Mir gehört dieser Wald, der gehört schon 300 Jahre meiner Familie und ich trage da eine große Mitverantwortung. Und ich meine, dass eine Regierung, die für vier Jahre gewählt ist, jetzt für 30.000 Generationen Sicherheit herstellen soll, für ein Endlager. Ja, da sehe ich auch meine Verantwortung. Bernstorf sieht ein, irgendwo muss der Atommüll hin. Doch wer verantwortungsvoll handeln will, dürfe nicht alles auf die Karte Gorleben setzen. Deshalb verweigert der Graf die Erkundung des Salzstocks unter seinem Land. Aber hier nur an einem Standort zu untersuchen, Fakten zu schaffen, die nachher nicht mehr zurückzudrehen sind, das halte ich für ein Vorgehen, das ich nicht akzeptieren kann. Von Anfang an wehren sich Menschen im Wendland gegen das Endlager. Alternativen in Baden-Württemberg oder Bayern wurden nie ernsthaft geprüft. Auch der Bundesumweltminister hat nur Gorleben im Blick. Und warum? Weil in Gorleben seit Jahrzehnten die Eignung untersucht wird, dafür schon anderthalb Milliarden Euro ausgegeben ist. Und ich glaube, dass darum es richtig ist, an der Stelle anzusetzen, an der man schon seit Jahrzehnten arbeitet. Ich möchte wissen, ist Gorleben geeignet oder ist Gorleben nicht geeignet? Über diese Frage wird schon seit Jahrzehnten gestritten. Matthias Edler von Greenpeace hat rund 12.000 Aktenseiten aus den 70er Jahren zutage gefördert. Sie waren lange geheim und offenbaren, die Öffentlichkeit wurde von Anfang an in die Irre geführt. Die Akten sagen, es gab kein wissenschaftliches Auswahlverfahren, an dessen Ende als konsequentes Ergebnis Gorleben, der Salzstock-Gorleben, stand. Insofern kann man das nur als eine politische und zwar eine willkürliche Entscheidung bezeichnen. Mitte der 70er Jahre brummt das Geschäft mit der Kernenergie. Die Betreiber wissen schon damals nicht, wohin mit dem strahlenden Müll. Die Regierung Helmut Schmidt schreibt 1976 vor, ohne Endlager-Nachweis keine neuen Atomkraftwerke. Die Industrie ist aufgeschreckt, braucht dringend eine Lösung. Dieser Mann soll das Endlager finden. Damals war Professor Gerd Lüttich, Chefgeologe in Niedersachsen und ist bis heute ein Befürworter der Kernkraft. Er untersuchte Anfang der 70er Jahre bundesweit 250 Standorte. Ich bin gebeten worden, eine Klassifikation vorzunehmen in Klassen unterschiedlicher Eignung. Und da gab es eine erste und eine zweite Klasse und weder in der ersten noch in der zweiten Klasse kam Gorleben vor. Professor Lüttich hatte andere Endlager-Favoriten. Malberg im Südwesten Deutschlands und Sohlhöhe in Nordbayern. Oberwesel am Rhein, aber auch Lüthau in Schleswig-Holstein. Die besten vier Standorte aber liegen in Niedersachsen, in Uchte, Fassberg, Aalden und Wahn. Der vertrauliche Bericht empfiehlt diese vier Standorte. Gorleben ist nicht dabei. Landtag Hannover 1976. In Niedersachsen wird Ministerpräsident Ernst Albrecht gewählt. Er und die Union sind zwar für Atomkraft, doch die vorgeschlagenen Endlager-Orte passen ihnen nicht. Zu unpopulär. Albrecht lässt neu suchen im entlegenen Wendland an der Grenze zur DDR. Gorleben kam erst im November 1976 ins Spiel. Wir haben den ersten Vermerk in den Akten des Niedersachsenen Umweltministeriums vom 18.11.76 gefunden. Da heißt es in einem handschriftlich, nun, Doppelpunkt, Landkreis Lüchow-Dannenberg. Ging dem eine ausführliche Untersuchung voraus? Nein, Gorleben tauchte vorher in den Akten überhaupt nicht auf. Edler stößt auf ein TÜV-Gutachten der Albrecht-Regierung von 1976. Auf über 80 Seiten ist von Gorleben keine Rede. Kurz danach aber taucht die Seite mit der Ergebnistabelle ein zweites Mal auf. Jetzt mit der handschriftlichen Ergänzung Gorleben. Wer diese Akte manipuliert hat und warum, ist unklar. Albrecht sagte mir, ich habe die Auswahl getroffen, ich habe Gorleben ausgewählt. Worauf ich sagte, Herr Dr. Albrecht, Sie wissen doch genau, dass Gorleben gar nicht auf meiner Liste steht. Auf der Liste der vordringlichen oder besonders gut geeigneten Salzstöcke. Ja, das macht nichts. Das ist jetzt eine politische Entscheidung. Heute, über 30 Jahre später, will ein Untersuchungsausschuss des Bundestages diese undurchsichtige Geschichte aufklären. Für die Opposition ist klar, Gorleben soll damals wie heute als Endlager durchgedrückt werden. Heute schon argumentieren die Konzerne, sie hätten 1,5 Milliarden bereits investiert und das könnte nicht in den Wind geschossen sein, das Geld. Also wie werden sie wohl argumentieren, wenn hier sieben Jahre weiter erkundet wird? Das ist nicht ergebnisoffen. Es läuft daraus rauf, es soll darauf hinauslaufen, dass in Gorleben eingelagert wird. Wohin bloß mit dem strahlenden Müll? Das ungelöste Endlagerproblem stellt für Konservative wie den Abgeordneten Josef Göppel von der CSU die Atomkraft grundsätzlich in Frage. Das Endlagerproblem ist aber in keiner Weise gelöst. Wir haben keine berechtigte Hoffnung, dass der Atommüll so sicher für tausende von Jahren abgeschlossen werden kann, dass er keine Probleme verursacht. Und da liegt für mich das ethische Problem. Für einen wertkonservativen Menschen ist die Endlagerfrage und die Belastung der kommenden Generationen der entscheidende Punkt. Ulrich Schneider ist Geologe, war schon Anfang der 80er Jahre bei Probebohrungen in Gorleben dabei. Die Ergebnisse damals ernüchternd. Über dem Salzstock fehlt vielerorts eine Tonschicht, die das Salz vor Wasser schützt. Wasser aus einer eiszeitlichen Rinne. Diese Gorlebener Rinne reicht bis über 300 Meter tief in den Untergrund und direkt auch auf den Salzstock hinab. Und das heißt? Das ist das Sicherheitsrisiko, dass Wasser in den Endlagerbereich hineingelangen können und auf den Weg, wie sie nach unten gelangen, auch wieder praktisch die Radioaktivität nach oben gelangen kann. Einfahrt in das sogenannte Erkundungsbergwerk Gorleben. 840 Meter tief. Atombefürworter behaupten gern, der Salzstock sei längst ein erkundetes Endlager. Falsch, sagt die zuständige Behörde. Ob Gorleben als Endlager geeignet ist oder nicht, das kann man frühestens in 15 Jahren wissen. Dafür sind noch umfangreiche Arbeiten notwendig, der Langzeitsicherheitsnachweisung. Seit Jahren wird der Salzstock für eine Erkundung offen gehalten. Selbst das Bundesamt für Strahlenschutz warnt die Politik. Wenn man auf eine Karte setzt, allein wie in Gorleben, ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass am Ende eines sehr langen Prozesses, eventuell in 10, 15 Jahren sich herausstellt, am Ende des atomaren Planfeststellungsverfahrens, dass wir die Sicherheitsnachweise nicht erbringen können. Oder dass ein Gericht am Ende sagt, wir sind mit dem Verfahren nicht einverstanden, was ihr gewählt habt. Das wäre, glaube ich, das schlechteste Ergebnis. Da produziert die Atomindustrie jahrzehntelang radioaktiven Müll und immer noch weiß keiner, wohin damit. Unverantwortlich, findet Graf Bernstorff. Ich bin nicht Politiker, ich bin auch nicht Wissenschaftler, aber es liegt so etwas auf der Hand, dass man jetzt, um die Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke durchzusetzen, einen Nachweis braucht, dass zumindestens weiter erkundet wird. Die Regierung ist weiter auf Atomkurs, trotz Widerstand. Am 26. Mai verliert Schwarz-Gelb die Wahl in Nordrhein-Westfalen. Die Folge? Die Mehrheit im Bundesrat ist dahin. Im Regierungslager bricht Streit aus. Umweltminister Röttgen bremst, will Laufzeiten nur moderat verlängern. Ministerpräsident Mappus aus Baden-Württemberg ist ein Freund der Kernkraft, will mehr, fordert deshalb Röttgens Rücktritt. Alle beteuern, deutsche Kernkraftwerke, ob alt oder neu, sind sicher. Ja, wir brauchen das, verlängerte Laufzeiten für Kernkraftwerke. Natürlich unter Berücksichtigung aller Sicherheitsstandards. Wir werden dafür sorgen, dass die höchsten Sicherheitsstandards, die wir in Deutschland und in der Welt haben, hier zur Anwendung kommen. Wenn ein Kernkraftwerk den hohen Sicherheitsbedingungen entspricht, dann muss man es betreiben dürfen. Heidelberg. Ulrich Keier war fast 15 Jahre Manager in der Atomwirtschaft. Mit seinen Teams hat er Kernkraftwerke gebaut und gewartet. Sie kannten auch die Hochsicherheitsbereiche. Keier hatte Vertrauen in die Technik. Bis zum 26. April 1986. Das war der Horror in dieser Branche, in den Nächten um Tschernobyl. Das vergesse ich in meinem Leben nie mit dem ganzen Team. Das Wissen, sowas hätten wir hier in Philipsburg oder in Biblis nicht beherrscht. So wie die Russen das getan haben. Die Russen konnten dann damals 20.000 Soldaten oder 5.000 Zwangsbefehlen. Wir hätten das nicht können. Wir hätten diesen Störfall nicht beherrscht. Ulrich Keier zog Konsequenzen, stieg aus. Heute setzt er auf Strom aus Holz, baut mit Erfolg Bioenergiekraftwerke. Keier ist sich sicher, die Kernkraft ist Technik von gestern. Auf Dauer nicht sicher. Der nächste große Unfall, für den Ingenieur nur eine Frage der Zeit. Tschernobyl war nicht singulär. So mag das der Öffentlichkeit erscheinen. Das war eine ganze Kette von Ereignissen damals in Russland, vorher, nachher in Europa, in USA, in Deutschland. Die zeigten, sie waren nicht alle so schlimm, viele waren ein Millimeter davor. Die zeigten, die Technik hat Risiken und je älter eine Technik wird, umso größer sind die Risiken. Die kann man mit 0, irgendwas Prozent errechnen, aber sie sind auch nicht beherrschbar. 28. Juni 2007. Im Kernkraftwerk Krümmel vor den Toren Hamburgs brennt ein Transformator. Rauch dringt bis in die Leitwarte. Eine automatische Abschaltung des Reaktors verhindert Schlimmeres. Seitdem steht der Meiler des Stromkonzerns Wattenfall still. Heinz Smital ist Atomphysiker bei Greenpeace. Mit Sorge beobachtet er den Pannenreaktor. Der Vorfall hat eine ganze Kette von Mängeln aufgezeigt, von Fehlreaktionen der Bedienmannschaft, von systematischen Fehlern, dass der Zustand der Anlage als sehr bedenklich einzustufen ist. Wattenfall teilt auf Nachfrage mit, die Vorfälle seien ohne sicherheitstechnische Bedeutung. Das Sicherheitssystem habe den Anforderungen entsprechend gearbeitet. Ich kann mit gutem Gewissen sagen, Herr Krümmel ist sicher. Als der Reaktor wieder hochgefahren wird, kommt es zu einem erneuten Störfall. Wieder der Trafo. Diesmal ist es ein Kurzschluss. Wenn ein Betreiber versichert, die Anlage hätte keinen Fehler mehr und dann ist genau der Fehler, der vorher schon bekannt war, wieder da, dann hat er seine Berechtigung verwirkt. Jetzt kommen auch der Aufsichtsbehörde offenbar Zweifel. Sie lässt Wattenfalls Zuverlässigkeit prüfen. Das Gutachten steht aus. Kein Interview von Wattenfall dazu. Wolfgang Renneberg war bis Ende 2009 Abteilungsleiter Reaktorsicherheit der Bundesregierung. Sein wenig beruhigendes Fazit, seit Jahren steigt die Anzahl der Störfälle. Sie sehen hier im unteren Bereich die neueren Anlagen, im oberen Bereich die älteren Anlagen. Deutlich erkennbar, dass es wesentlich mehr Vorkommnisse bei den älteren Anlagen gibt und dass die Zahl der Vorkommnisse zunimmt. Biblis, das älteste deutsche Kernkraftwerk, ging vor 35 Jahren ans Netz. Eigentlich sollte Block A in diesem Jahr abgeschaltet werden, denn er entspricht längst nicht mehr dem Stand von Wissenschaft und Technik. Für RWE kein Problem, Biblis soll weiterlaufen. Kein Kraftwerk kann als älteres Kraftwerk jeweils so gut sein wie ein ganz neues Kraftwerk. Man kann aber dafür sorgen, dass auch ältere Kraftwerke durch geeignete Nachrüstungsmaßnahmen einen eindeutigen, einwandfreien, genehmigungstechnischen Stand haben und auch sicher sind. Und das ist Biblis. Kritiker bestreiten das. In Biblis wären umfangreiche Nachrüstungen erforderlich. Ein modernes Sicherheitsdesign und eine externe Notwarte für den Katastrophenfall. All dies technisch und finanziell kaum zu leisten. Ich halte das allein aus Sicherheitsgründen für nicht verantwortbar, die älteren Anlagen über die festgelegten Laufzeiten hinaus zu betreiben. Kernkraftwerken drohen neue Risiken, die beim Bau keine Rolle spielten. Terrorangriffe. Heute ist bekannt, die Attentäter vom 11. September hatten ursprünglich einen Atomreaktor bei New York im Visier. In Deutschland ließ die Regierung 2002 die Folgen möglicher Terroranschläge aus der Luft untersuchen. Stark gefährdet wären die Meiler in Brunsbüttel, Biblis A, Philipsburg 1 und Isar 1. Aber auch Biblis B, Unterweser, Neckar-Westheim 1, Grundremmingen B und C und das Kernkraftwerk Krümmel. Ihre Stahlbetonhüllen halten einen gezielten Angriff mit einem großen Verkehrsflugzeug wahrscheinlich nicht stand. Die Auswirkungen nicht beherrschbar. Sicherheitsbehörden entwickelten einen Abwehrplan. Bei einem Angriff soll das Kraftwerk vernebelt und die Ortung mit Störsendern blockiert werden, bis Abfangjäger das entführte Flugzeug im Ernstfall abschießen. Unrealistisch, sagen Kritiker. Das Konzept ist auf aller Linie gescheitert. Die Vernebelung wird gar nicht umgesetzt, weil man der keine Schutzwirkung zuschreibt. Die GPS-Störung wurde aus der Luftfahrt abgelehnt. Und ein Abschuss einer vollbesetzten Verkehrsmaschine, das hat das Verfassungsgericht untersagt. Wir fragen nach beim Bundesumweltminister. Der ist zuständig für die Sicherheit von Atomkraftwerken. Über Details will er nicht reden. Die Gefahren aber nimmt er ernst. Ja, wir gehen Risiken ein. Wir haben uns zu früheren Zeiten, in den 70er Jahren in Deutschland so entschieden. Und darum sollten wir uns heute auch aus diesem Grund dafür entscheiden, wenn es eine andere, eine bessere, auch unter Sicherheitsgesichtspunkten bessere Technologie gibt, dann sollten wir eben alles daran setzen, so schnell wie möglich diese bessere Technologie zu erreichen. Trotz aller Risiken, der Minister will die Laufzeiten verlängern. Für verfassungswidrig hält das der Staatsrechtler Professor Joachim Wieland. Nach den Anschlägen vom 11. September sei der Weiterbetrieb von Kernkraftwerken nur deshalb akzeptabel gewesen, weil der Ausstieg beschlossene Sache war. Wenn jetzt der Atomkonsens aufgekündigt wird und wenn Betriebsgenehmigungen für ältere Kernkraftwerke, die nicht gegen den Flugzeugabsturz geschützt sind, verlängert werden, dann verstößt das gegen die Schutzpflicht, die der Staat aus der Verfassung gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern hat. Und es drohen noch ganz andere Gefahren, die der Öffentlichkeit bisher verschwiegen werden. Wir treffen einen Ingenieur, er will nicht erkannt werden. Er berichtet von modernen, panzerbrechenden Waffen. Der Mann war dabei, als militärische Dienste mit solchen Waffen Angriffe auf Atomkraftwerke simulierten. Wir haben die Wirkung von Antipanzer-Abwehrsystemen getestet. Die können alles durchschlagen, was geringer als 4,5 Meter Betonstärke hat. Die Wirkung solcher Waffen, beängstigend. Wenn eine Hohlladung den Stahlbeton durchschlagen hat, führt das zu großflächigen Abplatzungen und Absplitterungen auf der Innenseite. Große Betonbrocken würden Druckleitungen durchschlagen, Steuerungsanlagen auf jeden Fall außer Funktion setzen oder komplett zerstören. Ein Experte, der in leitender Funktion für die deutsche Rüstungsindustrie tätig war, bestätigt, Islamisten verfügen über solche Waffen. Setzten sie 2006 gegen israelische Panzer ein. Das ist leider sehr viel früher gekommen, als ich befürchtet habe. Es ist ein Unding zu wissen, dass einer in zwei Kilometer Entfernung von einem Kernkraftwerk sitzen kann mit derartiger Feuerkraft. Wie viel Risiko also muss die Gesellschaft tragen? Wie viel ist sie bereit zu tragen? Alternde Kraftwerke, immer mehr Störfälle und unkalkulierbare Terrorgefahren. Die Regierung bekräftigt, Sicherheit sei nicht verhandelbar. Eine Regierungsäußerung oder politische Äußerung, dass Sicherheit kein verhandelbares Gut ist, passt mit der ganzen Bemühung, aus dem Atomenergieausstieg auszusteigen, nicht zusammen. Denn wenn Sicherheit nicht verhandelbar wäre, wäre die ganz klare Konsequenz daraus, die Meiler so schnell wie möglich abzuschalten. Krisentreffen der Kanzlerin mit ihren Ministerpräsidenten. Weil ihnen jetzt die Mehrheit im Bundesrat fehlt, stehen die Atompläne auf der Kippe. Müssen die Länder zustimmen? Eine heftig umstrittene Frage. Der neue Präsident muss entscheiden. Die Konzernchefs drängen die Kanzlerin. Die Laufzeitverlängerung muss kommen. Die Regierung verspricht eine Energiewende. Atomkraft soll nur eine Brücke bauen, zu Strom aus Sonne und Wind. Wir wollen unsere Klimaziele erreichen, richtig. Und deswegen wird die Kernenergie als Brückentechnologie für eine Zeit lang noch eingesetzt werden müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Als Brücke, ins regenerative Zeitalter, brauchen wir die Verlängerung der Laufzeiten für Kernkraftwerke. Erneuerbare Energien und Kernenergie sind kein Widerspruch. Sie sind zwei Seiten derselben Medaille. Lauchhammer in Brandenburg, bei einem großen Windradhersteller. Hier arbeiten sie an der Energiewende. Professor Hohmeier, der Sachverständige der Regierung, lässt sich die Produktion zeigen. Rund 1600 Rotorblätter verlassen jährlich das Werk. Das reicht für gut 500 Windenergieanlagen. Deren Strom entspricht der Leistung eines ganzen Kernkraftwerks. Wir sehen, dass die Nachfrage riesig ist und das Potenzial ist noch größer als die Nachfrage. Also es wird weiter wachsen, das ist ganz sicher. Das bedeutet auch zukunftssichere Arbeitsplätze. Allein in Lauchhammer sind es 530. Die Rotorblätter, made in Germany, sind weltweit gefragt. Die Firma Vestas investiert gerade Millionen in neue Produktionsanlagen, will noch leistungsfähigere Windräder bauen. Risikinvestitionen in die Fertigung, in den Standort, in die Region natürlich, aber auch in die Technologie. Energiewende durch Rotorblätter, heißt es hier. Der Sachverständigenrat der Bundesregierung hat ausgerechnet, Wind, Sonne und Wasser können Deutschland in Zukunft mit Strom versorgen. Derzeit braucht Deutschland pro Jahr rund 580 Terawattstunden Strom. 2009 produzierten Kernkraftwerke davon gerade 150. Bleibt es beim Ausstieg aus der Kernenergie, fällt ihr Anteil an der Stromerzeugung bis spätestens 2030 auf Null. Ab dann, so die Experten, braucht Deutschland keinen Atomstrom mehr. Zu Strom aus Kohle und Gas kommen zunehmend regenerative Energien. Die könnten zusammen mit modernen Stromspartechniken bis 2050 ganz Deutschland versorgen. Wichtigste Quelle? Wind. Produziert in großen Windparks auf See. Vor wenigen Wochen in der Nordsee. Der erste deutsche Offshore-Windpark geht in Betrieb. Umweltminister Norbert Röttgen gibt das Startzeichen. Doch den Prognosen seiner eigenen Sachverständigen will er nicht so recht folgen. Röttgen hält an der Atomkraft fest. Ich glaube, dass wir eine überschaubare Zahl an zusätzlichen Jahren von Kernenergie brauchen. Die Funktion der Kernenergie ist klar. Sie ist nicht selbst das Ziel, nicht die Zukunftsoption, sondern sie ist die Brücke. Sie ist eine Funktion, um erneuerbare Energien zu erreichen. Wenn Sie das umsetzen, was sachlich notwendig ist, dann bleiben Sie bei dem Ausstieg aus der Kernenergie so, wie er im Moment besteht. Das sind die politischen Imperative, die wir brauchen. Aber keine Debatte mehr darüber, bauen wir Kohle weiter aus, verlängern wir die Laufzeit für Kernenergie. All das ist völliger Unsinn vor dem Hintergrund dessen, was notwendig ist und was wir erreichen müssen. Hohmeiers Überzeugung, Atomkraft ist keine Brücke, sondern behindert den Ausbau der erneuerbaren Energien. Fest steht, schon heute werden Windkraftanlagen zwangsweise vom Stromnetz abgekoppelt. Wird Windenergie vergeudet. Der Grund, die Netze sind verstopft, voll mit dem Strom der alten Großkraftwerke. Kernkraftwerke blockieren die Netze und hindern so den notwendigen Ausbau, weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Wer Laufzeitverlängerungen für Kernkraftwerke fordert, gefährdet damit auch den dringend notwendigen Umbau der Elektrizitätswirtschaft hin zu regenerativen Quellen. Bis die Erneuerbaren es allein schaffen, brauchen sie für eine Übergangszeit Partner. Johannes van Bergen ist einer. Der Chef der Stadtwerke Schwäbisch Hall investiert schon lange in die Energiewende, zum Beispiel in effiziente Blockheizkraftwerke. Betrieben mit Erdgas. Sie sind flexibel, springen ein, wenn der Wind mal nicht weht, die Sonne nicht scheint. Für van Bergen ist Atomkraft dafür zu schwerfällig. Keine Brücke. Wenn eine Brückentechnologie gebraucht wird, dann wird es das Erdgas sein, was uns über diese Brücke hilft. Erdgaskraftwerke haben auch den großen Vorteil, große Erdgaskraftwerke relativ schnell regelbar zu sein, relativ schnell fluktuierende Erzeugung aus Wind- oder Photovoltaik- oder Wasserkraftstrom ausgleichen zu können. Und von daher lautet die Brückentechnologie Erdgaskraftwerke und keine Kernkraftwerke. Van Bergen hatte der Politik vertraut, glaubte an den beschlossenen Atomausstieg. So plante er ein weiteres Gaskraftwerk bei Stuttgart, Strom für 800.000 Menschen. Doch das Millionenprojekt könnte scheitern. Und die Banken fragen, ist die Wirtschaftlichkeit des Projektes gesichert? Habt ihr berücksichtigt, gibt es eine Laufzeitverlängerung, ja oder nein? Das haben wir mit denen diskutiert und es wird ganz davon abhängen, wie diese Laufzeitverlängerung, wenn sie denn kommt, wie sie konditioniert ist, ob wir bauen können, ja oder nein. Berlin. Gemeinsam demonstrieren Unternehmer, Umweltschützer und Politiker für erneuerbare Energien. Protestieren gegen die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken. Für die Opposition Anlass, der Regierung zukunftsfeindliche Klientelpolitik vorzuwerfen. Es geht nicht um Klimapolitik. Es geht um das brutale Durchsetzen wirtschaftlicher Interessen von vier Konzernen und das Niederbügeln von vielen, vielen mittelständischen Unternehmen. Laufzeitverlängerungen sind schlecht für den Klimaschutz, sie sind schlecht für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Sie sind schlecht für eine unabhängige Stromversorgung, sie sind schlecht für den Wettbewerb auf dem Strommarkt, sie sind nur gut für die Taschen der Konzerne. Josef Göppel zählt nicht zur Opposition, seine CSU ist Regierungspartei. Dennoch hält er den Atomkurs von Schwarz-Gelb für unverantwortlich. Als einer der wenigen Unionsabgeordneten will er ein Gesetz zur Laufzeitverlängerung nicht mittragen. Wir brauchen eine Vision für eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien und mit effizienterer Nutzung von Rohstoffen. Und darauf kommt es an. Gewählt wird eine Regierung nur mit einer glaubwürdigen Vision, aber nicht mit Schlachten von gestern. Die Bundesregierung will die Laufzeitverlängerung, obwohl ihr die Mehrheit im Bundesrat fehlt. Sie will die Länder übergehen. Deren Zustimmung aber brauchen die Kanzlerin und ihr Umweltminister, sagen Verfassungsrechtler. Es geht auch keine kleine Laufzeitverlängerung, anders als der Bundesumweltminister es meint. Das ist ähnlich wie die Frage schwanger oder nicht schwanger. Es gibt kein drittes. Jede, und sei sie auch noch so kurz, Verlängerung der Laufzeit bedeutet die Notwendigkeit der Zustimmung des Bundesrates. Wenn die Bundesregierung trotz der entgegenstehenden Auffassungen das Gesetz ohne Zustimmung des Bundesrates in Kraft zu setzen versucht, ist das so etwas wie ein kalkulierter Verfassungsbruch. Sommer 2010. In den kommenden Wochen will die Bundesregierung ihr Energiekonzept vorlegen. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Wir stehen im Moment sicherlich vor einer ganz grundlegenden Entscheidung über die Zukunft unseres Stromversorgungssystems. Wenn wir wirklich dieses Signal geben, dass wir die Laufzeiten für grundlastorientierte Kernkraftwerke verlängern, dann geben wir gleichzeitig das Signal, dass wir eigentlich keine nachhaltige Stromversorgung auf der Basis von regenerativen Energiequellen wollen. Insofern ist dieses Signal absolut fatal und führt komplett in die falsche Richtung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sind dazu bereit. Von dieser Bereitschaft wollen die Konzerne heute nichts mehr wissen. Das ist ein Wortbruch. Ehrbare Kaufleute handeln anders. Dieser Ausstieg wurde bezeichnet als Bestandteil eines umfassenden Energiekonzeptes, das noch erarbeitet werden sollte. Und die Konzerne haben sich verpflichtet, genauso wie die Bundesregierung, für die Umsetzung dieser Vereinbarung dauerhaft einzutreten. Wir werden nicht vertragsbrüchig. Wir haben damals die Vereinbarung unterschrieben, haben sehr deutlich damals schon darauf hingewiesen, dass für uns die Carnegie ein wichtiger Bestandteil ist. Die Verhältnisse, die Rahmenbedingungen, unter denen wir handeln, haben sich massiv verändert. Nur mit Atomstrom sei der politisch geforderte Klimaschutz zu erreichen, behaupten die Konzerne. Tatsächlich gehe es ihnen um Rendite, entgegnen die Kritiker. Und Energiemanager sind erfinderisch, wenn es darum geht, den Atomausstieg zu unterlaufen. Beispiel Neckar-Westheim 1, ein Kernkraftwerk der ENBW. Dem zweitältesten Atommeiler Deutschlands droht das aus. Kurz vor der Bundestagswahl 2009 ist die vereinbarte Restlaufzeit fast verbraucht. ENBW hat ein Problem. Und eine Idee. Ein internes Strategiepapier belegt die Schattenplanung des Konzerns für das Kraftwerk Neckar-Westheim 1. Damit der Atommeiler weiter Gewinne abwirft, denken sich die Manager Optimierungsmöglichkeiten aus. Konkret den Verzicht auf Stromerzeugung, um die vereinbarte Reststrommenge heimlich über den Wahltag hinaus zu strecken. ENBW kennt den denkbaren Vorwurf. Wer Kraftwerksleistung zurückhält, gerät in den Verdacht der Preismanipulation. Vorbeugend wollen die ENBW-Strategen ausgewählte Kreise einweihen. Die Spitze der Landesregierung Baden-Württemberg, die CDU und FDP im Landtag und das Kanzleramt. Hans-Peter Willis ist Vorstandsvorsitzender der ENBW. Wir wollen wissen, wie der Energiekonzern seine Schattenplanung rechtfertigt. Ich finde es eine Frage zur Laufzeitverlängerung. Der Pressesprecher greift ein. Interview unerwünscht. Brauerei Herle. Der Chef war ENBW-Kunde. Heute lässt er sich nichts mehr vormachen. Sinkende Energiepreise durch längere Laufzeiten? An dieses Versprechen von Politik und Atomwirtschaft glaubt er nicht. Das halte ich für ein Märchen. Die Strompreise sind in den letzten Jahren sehr stark gestiegen. Laufzeitverlängerung überhaupt dem Verbraucher? Nein, längere Laufzeiten für Kernkraftwerke bringen zwangsläufig höhere Gewinne, aber bestimmt nicht zwangsläufig niedrigere Strompreise. Der Grund, Kernkraftwerke wie Biblis stellen Strom zwar billig her, für rund zwei Cent die Kilowattstunde. Doch das kommt beim Kunden nicht an. Denn der Strompreis wird an der Börse gemacht. Da wird er durch Handel und Spekulation teurer. Die Folge für den Verbraucher, ob Atommeiler laufen oder nicht, für die Stromrechnung spielt das so gut wie keine Rolle. Wir haben im Jahr 2007 eine Situation gehabt, wo fast die Hälfte der deutschen Kernkraftwerke nicht am Netz waren. Aus Sicherheitsgründen, aus Wartungsgründen. Und wir haben auf den Strommärkten überhaupt keine Reaktion gesehen. Die Hoffnung auf sinkende Strompreise durch Laufzeitverlängerung gehört zu den großen Mythen der ganzen Debatte. Felix Mattes hat genau berechnet, wie viel Geld eine Laufzeitverlängerung den Energiekonzernen zusätzlich in ihre Kassen spült. Im Sommer 2010 sind in Deutschland 17 Kernkraftwerke in Betrieb. Jeder dieser Meiler fährt täglich rund eine Million Euro Gewinn ein, wenn er denn läuft. Längere Laufzeiten wären ein Milliardengeschäft. Beim gegenwärtigen Strompreis und bei acht Jahren längerer Laufzeit kassiert Vattenfall rund 3,7 Milliarden Euro zusätzlich. EnBW rund 11 Milliarden Euro. RWE rund 14 Milliarden Euro. E.ON rund 21,6 Milliarden Euro. Zusammen sind das über 50 Milliarden Euro. Sollten die Laufzeiten gar um 28 Jahre verlängert werden, könnten die Zusatzprofite der Kraftwerksbetreiber auf über 225 Milliarden Euro steigen. Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken sind der einzige Garant, dass die großen Stromproduzenten ohne Veränderung ihres bisherigen Geschäftsmodells weiterhin Milliardengewinne scheffeln können. 11. Juni 2001. Rot-Grün beschließt den Atomausstieg. Zusammen mit den großen vier Energiekonzernen. EnBW, RWE, die norddeutsche HEW und E.ON hatten sich verpflichtet, ihre Kernkraftwerke Schritt für Schritt abzuschalten. Nach insgesamt 32 Betriebsjahren sollte endgültig Schluss sein. Die Vereinbarung ist ein erster Schritt. Entscheidend ist, dass beide Seiten sich auch in Zukunft an ihren Inhalt und Geist gebunden fühlen. Wir sind dazu bereit. Von dieser Bereitschaft wollen die Konzerne heute nichts mehr wissen. Das ist ein Wortbruch. Ehrbare. ... einem Durchschlag dieser Raketen widerstehen. Die Wirkung solcher Waffen beängstigend. Wenn eine Hohlladung den Stahlbeton durchschlagen hat, führt das zu großflächigen Abplatzungen und Absplitterungen auf der Innenseite. Große Betonbrocken würden Druckleitungen durchschlagen, Steuerungsanlagen auf jeden Fall außer Funktion setzen oder komplett zerstören. Ein Experte, der in leitender Funktion für die deutsche Rüstungsindustrie tätig war, bestätigt, Islamisten verfügen über solche Waffen. Setzten sie 2006 gegen israelische Panzer ein. Das ist leider sehr viel früher gekommen, als ich befürchtet habe. Es ist ein Unding zu wissen, dass einer in zwei Kilometer Entfernung von einem Kernkraftwerk sitzen kann mit derartiger Feuerkraft. Wie viel Risiko also muss die Gesellschaft tragen? Wie viel ist sie bereit zu tragen? Alternde Kraftwerke, immer mehr Störfälle und unkalkulierbare Terrorgefahren. Die Regierung bekräftigt, Sicherheit sei nicht verhandelbar. Eine Regierungsäußerung oder politische Äußerung, dass Sicherheit kein verhandelbares Gut ist, passt mit der ganzen Bemühung, aus dem Atomenergieausstieg auszusteigen, nicht zusammen. Denn wenn Sicherheit nicht verhandelbar wäre, wäre die ganz klare Konsequenz daraus, die Meiler so schnell wie möglich abzuschalten. Krisentreffen der Kanzlerin mit ihren Ministerpräsidenten. Weil ihnen jetzt die Mehrheit im Bundesrat fehlt, stehen die Atompläne auf der Kippe. Müssen die Länder zustimmen? Eine heftig umstrittene Frage. Der neue Präsident muss entscheiden. Die Konzernchefs drängen die Kanzlerin. Die Laufzeitverlängerung muss kommen. Die Regierung verspricht eine Energiewende. Atomkraft soll nur eine Brücke bauen, zu Strom aus Sonne und Wind. Wir wollen unsere Klimaziele erreichen. Richtig. Und deswegen wird die Kernenergie als Brückentechnologie für eine Zeit lang noch eingesetzt werden müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Als Brücke ins regenerative Zeitalter brauchen wir die Verlängerung der Laufzeiten für Kernkraftwerke. Erneuerbare Energien und Kernenergie sind kein Widerspruch. Sie sind zwei Seiten derselben Medaille. Lauchhammer in Brandenburg. Bei einem großen Windradheft. ... der deutschen Kernkraftwerke nicht am Netz waren. Aus Sicherheitsgründen, aus Wartungsgründen. Und wir haben auf den Strommärkten überhaupt keine Reaktion gesehen. Die Hoffnung auf sinkende Strompreise durch Laufzeitverlängerung gehört zu den großen Mythen der ganzen Debatte. Felix Mattes hat genau berechnet, wie viel Geld eine Laufzeitverlängerung den Energiekonzernen zusätzlich in ihre Kassen spült. Im Sommer 2010 sind in Deutschland 17 Kernkraftwerke in Betrieb. Jeder dieser Meiler fährt täglich rund eine Million Euro Gewinn ein, wenn er denn läuft. Längere Laufzeiten wären ein Milliardengeschäft. Beim gegenwärtigen Strompreis und bei acht Jahren längerer Laufzeit kassiert Vattenfall rund 3,7 Milliarden Euro zusätzlich. ENBW rund 11 Milliarden. RWE rund 14 Milliarden. E.ON rund 21,6 Milliarden. Zusammen sind das über 50 Milliarden Euro. Sollten die Laufzeiten gar um 28 Jahre verlängert werden, könnten die Zusatzprofite der Kraftwerksbetreiber auf über 225 Milliarden Euro steigen. Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken sind der einzige Garant, dass die großen Stromproduzenten ohne Veränderung ihres bisherigen Geschäftsmodells weiterhin Milliardengewinne scheffeln können. 11. Juni 2001. Rot-Grün beschließt den Atomausstieg. Zusammen mit den großen vier Energiekonzernen. ENBW, RWE, die norddeutsche HEW und E.ON hatten sich verpflichtet, ihre Kernkraftwerke Schritt für Schritt abzuschalten. Nach insgesamt 32 Betriebsjahren sollte endgültig Schluss sein. Die Vereinbarung ist ein erster Schritt. Entscheidend ist, dass beide Seiten sich auch in Zukunft an ihren Inhalt und Geist gebunden fühlen. Wir sind dazu bereit. Von dieser Bereitschaft wollen die Konzerne heute nichts mehr wissen. Das ist ein Wortbruch. Ehrbare Kaufleute handeln anders. Dieser Ausstieg wurde bezeichnet als Bestandteil eines umfassenden Energiekonzeptes, das noch erarbeitet werden sollte. Und die Konzerne haben sich verpflichtet, genauso wie die Bundesregierung, für die Umsetzung dieser Vereinbarung dauerhaft einzutreten. Wir werden nicht vertragsbrüchig. Wir haben damals die Vereinbarung unterschrieben, haben sehr deutlich damals schon darauf hingewiesen, dass für uns die Kernregie ein wichtiger Bestandteil ist. Die Verhältnisse, die Rahmenbedingungen, unter denen wir handeln, haben sich massiv verändert. Nur mit Atomstrom sei der politisch geforderte Klimaschutz zu erreichen, behaupten die Konzerne. Tatsächlich gehe es ihnen um Rendite, entgegnen die Kritiker. Wenn ein Kernkraftwerk den hohen Sicherheitsbedingungen entspricht, dann muss man es betreiben dürfen. Heidelberg. Ulrich Kaya war fast 15 Jahre Manager in der Atomwirtschaft. Mit seinen Teams hat er Kernkraftwerke gebaut und gewartet. Sie kannten auch die Hochsicherheitsbereiche. Kaya hatte Vertrauen in die Technik. Bis zum 26. April 1986. Das war der Horror in dieser Branche, in den Nächten um Tschernobyl. Das vergesse ich in meinem Leben nie mit dem ganzen Team. Das Wissen, sowas hätten wir hier in Philippsburg oder in Biblis nicht beherrscht, so wie die Russen das getan haben. Die Russen konnten dann damals 20.000 Soldaten oder 5.000 Zwangsbefehlen. Wir hätten das nicht können. Wir hätten diesen Störfall nicht beherrscht. Ulrich Kaya zog Konsequenzen, stieg aus. Heute setzt er auf Strom aus Holz, baut mit Erfolg Bioenergiekraftwerke. Kaya ist sich sicher, die Kernkraft ist Technik von gestern. Auf Dauer nicht sicher. Der nächste große Unfall, für den Ingenieur nur eine Frage der Zeit. Tschernobyl war nicht singulär, so mag das der Öffentlichkeit erscheinen. Das war eine ganze Kette von Ereignissen damals in Russland, vorher, nachher. In Europa, in USA, in Deutschland. Die zeigten, sie waren nicht alle so schlimm. Viele waren ein Millimeter davor. Die zeigten, die Technik hat Risiken. Und je älter eine Technik wird, umso größer sind die Risiken. Die kann man mit 0, irgendwas Prozent errechnen. Aber sie sind auch nicht beherrschbar. 28. Juni 2007. Im Kernkraftwerk Krümmel vor den Toren Hamburgs brennt ein Transformator. Rauch dringt bis in die Leitwarte. Eine automatische Abschaltung des Reaktors verhindert Schlimmeres. Seitdem steht der Meiler des Stromkonzerns Wattenfall still. Heinz Smital ist Atomphysiker bei Greenpeace. Mit Sorge beobachtet er den Pannenreaktor. Der Vorfall hat eine ganze Kette von Mängeln aufgezeigt, von Fehlreaktionen der Bedienmannschaft, von systematischen Fehlern, dass der Zustand der Anlage als sehr bedenklich einzustufen ist. Wattenfall teilt auf Nachfrage mit, die Vorfälle seien ohne sicherheitstechnische Bedeutung. Das Sicherheitssystem habe den Anforderungen entsprechend gearbeitet. Ich kann mit gutem Gewissen sagen, Herr Krümmel ist sicher. Als der Reaktor wieder hochgefahren wird, kommt es zu Erwärtsanlagen auf jeden Fall außer Funktion setzen oder komplett zerstören. Ein Experte, der in leitender Funktion für die deutsche Rüstungsindustrie tätig war, bestätigt, Islamisten verfügen über solche Waffen. Setzten sie 2006 gegen israelische Panzer ein. Das ist leider sehr viel früher gekommen, als ich befürchtet habe. Es ist ein Unding zu wissen, dass einer in zwei Kilometer Entfernung von einem Kernkraftwerk sitzen kann, mit derartiger Feuerkraft. Wie viel Risiko also muss die Gesellschaft tragen? Wie viel ist sie bereit zu tragen? Alternde Kraftwerke, immer mehr Störfälle und unkalkulierbare Terrorgefahren. Die Regierung bekräftigt, Sicherheit sei nicht verhandelbar. Eine Regierungsäußerung oder politische Äußerung, dass Sicherheit kein verhandelbares Gut ist, passt mit der ganzen Bemühung, aus dem Atomenergieausstieg auszusteigen, nicht zusammen. Denn wenn Sicherheit nicht verhandelbar wäre, wäre die ganz klare Konsequenz daraus, die Meiler so schnell wie möglich abzuschalten. Krisentreffen der Kanzlerin mit ihren Ministerpräsidenten. Weil ihnen jetzt die Mehrheit im Bundesrat fehlt, stehen die Atompläne auf der Kippe. Müssen die Länder zustimmen? Eine heftig umstrittene Frage. Der neue Präsident muss entscheiden. Die Konzernchefs drängen die Kanzlerin. Die Laufzeitverlängerung muss kommen. Die Regierung verspricht eine Energiewende. Atomkraft soll nur eine Brücke bauen, zu Strom aus Sonne und Wind. Wir wollen unsere Klimaziele erreichen. Richtig. Und deswegen wird die Kernenergie als Brückentechnologie für eine Zeit lang noch eingesetzt werden müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Als Brücke, ins regenerative Zeitalter, brauchen wir die Verlängerung der Laufzeiten für Kernkraftwerke. Erneuerbare Energien und Kernenergie sind kein Widerspruch. Sie sind zwei Seiten derselben Medaille. Lauchhammer in Brandenburg, bei einem großen Windradhersteller. Hier arbeiten sie an der Energiewende. Professor Hohmeier, der Sachverständige der Regierung, lässt sich die Produktion zeigen. Rund 1600 Rotorblätter verlassen jährlich das Werk. Das reicht für gut 500 Windenergieanlagen. Deren Strom entspricht der Leistung eines ganzen Kernkraftwerks. Die Regierung bekräftigt, Sicherheit sei nicht verhandelbar. Eine Regierungsäußerung oder politische Äußerung, dass Sicherheit kein verhandelbares Gut ist, passt mit der ganzen Bemühung, aus dem Atomenergieausstieg auszusteigen, nicht zusammen. Denn wenn Sicherheit nicht verhandelbar wäre, wäre die ganz klare Konsequenz daraus, die Meiler so schnell wie möglich abzuschalten. Krisentreffen der Kanzlerin mit ihren Ministerpräsidenten. Weil ihnen jetzt die Mehrheit im Bundesrat fehlt, stehen die Atompläne auf der Kippe. Müssen die Länder zustimmen? Eine heftig umstrittene Frage. Der neue Präsident muss entscheiden. Die Konzernchefs drängen die Kanzlerin. Die Laufzeitverlängerung muss kommen. Die Regierung verspricht eine Energiewende. Atomkraft soll nur eine Brücke bauen, zu Strom aus Sonne und Wind. Wir wollen unsere Klimaziele erreichen. Richtig. Und deswegen wird die Kernenergie als Brückentechnologie für eine Zeit lang noch eingesetzt werden müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Als Brücke ins regenerative Zeitalter brauchen wir die Verlängerung der Laufzeiten für Kernkraftwerke. Erneuerbare Energien und Kernenergie sind kein Widerspruch. Sie sind zwei Seiten derselben Medaille. Lauchhammer in Brandenburg, bei einem großen Windradhersteller. Hier arbeiten sie an der Energiewende. Professor Hohmeier, der Sachverständige der Regierung, lässt sich die Produktion zeigen. Rund 1600 Rotorblätter verlassen jährlich das Werk. Das reicht für gut 500 Windenergieanlagen. Deren Strom entspricht der Leistung eines ganzen Kernkraftwerks. Wir sehen, dass die Nachfrage riesig ist und das Potenzial ist noch größer als die Nachfrage. Also es wird weiter wachsen, das ist ganz sicher. Das bedeutet auch zukunftssichere Arbeitsplätze. Allein in Lauchhammer sind es 530. Die Rotorblätter, made in Germany, sind weltweit gefragt. Die Firma Vestas investiert gerade Millionen in neue Produktionsanlagen, will noch leistungsfähigere Windräder bauen. Riesige Investitionen in die Fertigung, in den Standort, in die Region natürlich, aber auch in die Technologie. Energiewende durch Rotorblätter, heißt es hier. Der Sachverständigenrat der Bundesregierung hat ausgerechnet, Wind, Sonne und Wasser können Deutschland in Zukunft mit Strom versorgen. Derzeit braucht Deutschland Projekte. Die S-Störung wurde aus der Luftfahrt abgelehnt. Und den Abschuss einer vollbesetzten Verkehrsmaschine, das hat das Verfassungsgericht untersagt. Wir fragen nach beim Bundesumweltminister. Der ist zuständig für die Sicherheit von Atomkraftwerken. Über Details will er nicht reden. Die Gefahren aber nimmt er ernst. Ja, wir gehen Risiken ein. Wir haben uns zu früheren Zeiten, in den 70er Jahren in Deutschland so entschieden. Und darum sollten wir uns heute auch aus diesem Grund dafür entscheiden, wenn es eine andere, eine bessere, auch unter Sicherheitsgesichtspunkten bessere Technologie gibt, dann sollten wir eben alles daran setzen, so schnell wie möglich diese bessere Technologie zu erreichen. Trotz aller Risiken, der Minister will die Laufzeiten verlängern. Für verfassungswidrig hält das der Staatsrechtler Professor Joachim Wieland. Nach den Anschlägen vom 11. September sei der Weiterbetrieb von Kernkraftwerken nur deshalb akzeptabel gewesen, weil der Ausstieg beschlossene Sache war. Wenn jetzt der Atomkonsens aufgekündigt wird und wenn Betriebsgenehmigungen für ältere Kernkraftwerke, die nicht gegen den Flugzeugabsturz geschützt sind, verlängert werden, dann verstößt das gegen die Schutzpflicht, die der Staat aus der Verfassung gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern hat. Und es drohen noch ganz andere Gefahren, die der Öffentlichkeit bisher verschwiegen werden. Wir treffen einen Ingenieur, er will nicht erkannt werden. Er berichtet von modernen, panzerbrechenden Waffen. Der Mann war dabei, als militärische Dienste mit solchen Waffen Angriffe auf Atomkraftwerke simulierten. Wir haben die Wirkung von Antipanzer-Abwehrsystemen getestet. Die können alles durchschlagen, was geringer als 4,5 Meter Betonstärke hat. Keiner der derzeit bekannten Schutzbauten in Atomkraftwerken könnte einem Durchschlag dieser Raketen widerstehen. Die Wirkung solcher Waffen, beängstigend. Wenn eine Hohlladung den Stahlbeton durchschlagen hat, führt das zu großflächigen Abplatzungen und Absplitterungen auf der Innenseite. Große Betonbrocken würden Druckleitungen durchschlagen, Steuerungsanlagen auf jeden Fall außer Funktion setzen oder komplett zerstören. Ein Experte, der in leitender Funktion für die deutsche Rüstungsindustrie tätig war, bestätigt, Islamisten verfügen über solche Waffen. Setzten sie 2006 gegen israelische Panzer ein. Das ist leider sehr viel früher gekommen, als ich befürchtet habe. Es ist ein Unding zu wissen, dass einer in zwei Kilometer Entfernung von einem Kernkraftwerk sitzen kann mit derartiger Feuerkraft. Wie viel Risiko also? Der Grund, Kernkraftwerke wie Biblis stellen Strom zwar billig her, für rund zwei Cent die Kilowattstunde. Doch das kommt beim Kunden nicht an. Denn der Strompreis wird an der Börse gemacht. Da wird er durch Handel und Spekulation teurer. Die Folge für den Verbraucher, ob Atommeiler laufen oder nicht, für die Stromrechnung spielt das so gut wie keine Rolle. Wir haben im Jahr 2007 eine Situation gehabt, wo fast die Hälfte der deutschen Kernkraftwerke nicht am Netz waren. Aus Sicherheitsgründen, aus Wartungsgründen. Und wir haben auf den Strommärkten überhaupt keine Reaktion gesehen. Die Hoffnung auf sinkende Strompreise durch Laufzeitverlängerung gehört zu den großen Mythen der ganzen Debatte. Felix Mattes hat genau berechnet, wie viel Geld eine Laufzeitverlängerung den Energiekonzernen zusätzlich in ihre Kassen spült. Im Sommer 2010 sind in Deutschland 17 Kernkraftwerke in Betrieb. Jeder dieser Meiler fährt täglich rund eine Million Euro Gewinn ein, wenn er denn läuft. Längere Laufzeiten wären ein Milliardengeschäft. Beim gegenwärtigen Strompreis und bei acht Jahren längerer Laufzeit kassiert Vattenfall rund 3,7 Milliarden Euro zusätzlich. Zusammen sind das über 50 Milliarden Euro. Sollten die Laufzeiten gar um 28 Jahre verlängert werden, könnten die Zusatzprofite der Kraftwerksbetreiber auf über 225 Milliarden Euro steigen. Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken sind der einzige Garant, dass die großen Stromproduzenten ohne Veränderung ihres bisherigen Geschäftsmodells weiterhin Milliardengewinne scheffeln können. 11. Juni 2001. Rot-Grün beschließt den Atomausstieg. Zusammen mit den großen vier Energiekonzernen. ENBW, RWE, die norddeutsche HEW und E.ON hatten sich verpflichtet, ihre Kernkraftwerke Schritt für Schritt abzuschalten. Nach insgesamt 32 Betriebsjahren sollte endgültig Schluss sein. Die Vereinbarung ist ein erster Schritt. Entscheidend ist, dass beide Seiten sich auch in Zukunft an ihren Inhalt und Geist gebunden fühlen. Wir sind dazu bereit. Von dieser Bereitschaft wollen die Konzerne heute nichts mehr wissen. Das ist ein Wortbruch. Ehrbare Kaufleute handeln anders. Dieser Ausstieg wurde bezeichnet als Bestandteil eines umfassenden Energiekonzeptes, das noch erarbeitet werden sollte. Und die Konzerne haben sich verpflichtet. Wissen, ist Gorleben geeignet oder ist Gorleben nicht geeignet? Über diese Frage wird schon seit Jahrzehnten gestritten. Matthias Edler von Greenpeace hat rund 12.000 Aktenseiten aus den 70er Jahren zutage gefördert. Sie waren lange geheim und offenbaren, die Öffentlichkeit wurde von Anfang an in die Irre geführt. Die Akten sagen, es gab kein wissenschaftliches Auswahlverfahren, an dessen Ende als konsequentes Ergebnis Gorleben, der Salzstock-Gorleben, stand. Insofern kann man das nur als eine politische und zwar eine willkürliche Entscheidung bezeichnen. Mitte der 70er Jahre brummt das Geschäft mit der Kernenergie. Die Betreiber wissen schon damals nicht, wohin mit dem strahlenden Müll. Die Regierung Helmut Schmidt schreibt 1976 vor, ohne Endlager-Nachweis keine neuen Atomkraftwerke. Die Industrie ist aufgeschreckt, braucht dringend eine Lösung. Dieser Mann soll das Endlager finden. Damals war Professor Gerd Lüttich Chefgeologe in Niedersachsen und ist bis heute ein Befürworter der Kernkraft. Er untersuchte Anfang der 70er Jahre bundesweit 250 Standorte. Ich bin gebeten worden, eine Klassifikation vorzunehmen in Klassen unterschiedlicher Eignung. Und da gab es eine erste und eine zweite Klasse und weder in der ersten noch in der zweiten Klasse kam Gorleben vor. Professor Lüttich hatte andere Endlager-Favoriten. Malberg im Südwesten Deutschlands und Solhöhe in Nordbayern. Oberwesel am Rhein, aber auch Lüthau in Schleswig-Holstein. Die besten vier Standorte aber liegen in Niedersachsen. In Uchte, Fassberg, Aalden und Wahn. Der vertrauliche Bericht empfiehlt diese vier Standorte. Gorleben ist nicht dabei. Landtag Hannover 1976. In Niedersachsen wird Ministerpräsident Ernst Albrecht gewählt. Er und die Union sind zwar für Atomkraft, doch die vorgeschlagenen Endlagerorte passen ihnen nicht. Zu unpopulär. Albrecht lässt neu suchen im entlegenen Wendland an der Grenze zur DDR. Gorleben kam erst im November 1976 ins Spiel. Wir haben den ersten Vermerk in den Akten des Niedersachsenen Umweltministeriums vom 18.11.76 gefunden. Da heißt es in einem handschriftlich, nun Doppelpunkt Landkreis Lüchow-Dannenberg. Ging dem eine ausführliche Untersuchung voraus? Nein, Gorleben tauchte vorher in den Akten überhaupt nicht auf. Edler stößt auf ein TÜV-Gelberg. Ulrich Kaya war fast 15 Jahre Manager in der Atomwirtschaft. Mit seinen Teams hat er Kernkraftwerke gebaut und gewartet. Sie kannten auch die Hochsicherheitsbereiche. Kaya hatte Vertrauen in die Technik bis zum 26. April 1986. Es war der Horror in dieser Branche, in den Nächten um Tschernobyl. Das vergesse ich in meinem Leben nie mit dem ganzen Team. Das Wissen, sowas hätten wir hier in Philippsburg oder in Biblis nicht beherrscht, so wie die Russen das getan haben. Die Russen konnten dann damals 20.000 Soldaten oder 5.000 Zwangsbefehlen. Wir hätten das nicht können. Wir hätten diesen Störfall nicht beherrscht. Ulrich Kaya zog Konsequenzen, stieg aus. Heute setzt er auf Strom aus Holz, baut mit Erfolg Bioenergiekraftwerke. Kaya ist sich sicher, die Kernkraft ist Technik von gestern, auf Dauer nicht sicher. Der nächste große Unfall, für den Ingenieur nur eine Frage der Zeit. Tschernobyl war nicht singulär, so mag es der Öffentlichkeit erscheinen. Das war eine ganze Kette von Ereignissen damals in Russland, vorher, nachher, in Europa, in USA, in Deutschland. Die zeigten, sie waren nicht alle so schlimm, viele waren ein Millimeter davor. Die zeigten, die Technik hat Risiken und je älter eine Technik wird, umso größer sind die Risiken. Die kann man mit 0, irgendwas Prozent errechnen, aber sie sind auch nicht beherrschbar. 28. Juni 2007. Im Kernkraftwerk Krümmel vor den Toren Hamburgs brennt ein Transformator. Rauch dringt bis in die Leitwarte. Eine automatische Abschaltung des Reaktors verhindert Schlimmeres. Seitdem steht der Meiler des Stromkonzerns Vattenfall still. Heinz Smital ist Atomphysiker bei Greenpeace. Mit Sorge beobachtet er den Pannenreaktor. Der Vorfall hat eine ganze Kette von Mengeln aufgezeigt, von Fehlreaktionen der Bedienmannschaft, von systematischen Fehlern, dass der Zustand der Anlage als sehr bedenklich einzustufen ist. Vattenfall teilt auf Nachfrage mit, die Vorfälle seien ohne sicherheitstechnische Bedeutung. Das Sicherheitssystem habe den Anforderungen entsprechend gearbeitet. Ich kann mit gutem Gewissen sagen, Krümmel ist sicher. Als der Reaktor wieder hochgefahren wird, kommt es zu einem erneuten Störfall. Wieder der Trafo. Diesmal ist es ein Kurzschluss. Wenn ein Betreiber versichert, die Anlage hätte keinen Fehler mehr, und dann ist genau der fehlt... ...Fragen, berufen von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der Ökonom erforscht seit Jahren Deutschlands Energiezukunft. Er und der Sachverständigenrat haben nachgewiesen, der Atomausstieg ist machbar. Den Atomkurs der Regierung hält er für falsch. Der Ausstieg aus dem Ausstieg ist offensichtlich ein Gefallen, den man vor langer Zeit schon großen Energiekonzernen versprochen hat. Er macht inhaltlich keinen Sinn. Das ist im Moment die völlig falsche Entscheidung energiepolitisch. Wir müssten den Ausstieg aus der Kernenergie weiter durchziehen. Und nutzt denn die Laufzeitverlängerung überhaupt dem Verbraucher? Nein, längere Laufzeiten für Kernkraftwerke bringen zwangsläufig höhere Gewinne, aber bestimmt nicht zwangsläufig niedrigere Strompreise. Der Grund, Kernkraftwerke wie Biblis stellen Strom zwar billig her, für rund zwei Cent die Kilowattstunde. Doch das kommt beim Kunden nicht an. Denn der Strompreis wird an der Börse gemacht. Da wird er durch Handel und Spekulation teurer. Die Folge für den Verbraucher, ob Atommeiler laufen oder nicht, für die Stromrechnung spielt das so gut wie keine Rolle. Wir haben im Jahr 2007 eine Situation gehabt, wo fast die Hälfte der deutschen Kernkraftwerke nicht am Netz waren. Aus Sicherheitsgründen, aus Wartungsgründen. Und wir haben auf den Strommärkten überhaupt keine Reaktion gesehen. Die Hoffnung auf sinkende Strompreise durch Laufzeitverlängerung gehört zu den großen Mythen der ganzen Debatte. Felix Mattes hat genau berechnet, wie viel Geld eine Laufzeitverlängerung den Energiekonzernen zusätzlich in ihre Kassen spült. Im Sommer 2010 sind in Deutschland 17 Kernkraftwerke in Betrieb. Jeder dieser Meiler fährt täglich rund eine Million Euro Gewinn ein, wenn er denn läuft. Längere Laufzeiten wären ein Milliardengeschäft. Beim gegenwärtigen Strompreis und bei acht Jahren längerer Laufzeit kassiert Vattenfall rund 3,7 Milliarden Euro zusätzlich. ENBW rund 11 Milliarden. RWE rund 14 Milliarden. E.ON rund 21,6 Milliarden. Zusammen sind das über 50 Milliarden Euro. Sollten die Laufzeiten gar um 28 Jahre verlängert werden, könnten die Zusatzprofite der Kraftwerksbetreiber auf über 225 Milliarden Euro steigen. Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken sind der einzige Garant, dass die großen Stromproduzenten ohne Veränderung ihres bisherigen Geschäftsmodells weiterhin Milliardengewinne scheffeln können. Oder komplett zerstören. Ein Experte, der in leitender Funktion für die deutsche Rüstungsindustrie tätig war, bestätigt, Islamisten verfügen über solche Waffen. Setzten sie 2006 gegen israelische Panzer ein. Das ist leider sehr viel früher gekommen, als ich befürchtet habe. Es ist ein Unding zu wissen, dass einer in zwei Kilometer Entfernung von einem Kernkraftwerk sitzen kann, mit derartiger Feuerkraft. Wie viel Risiko also muss die Gesellschaft tragen? Wie viel ist sie bereit zu tragen? Alternde Kraftwerke, immer mehr Störfälle und unkalkulierbare Terrorgefahren. Die Regierung bekräftigt, Sicherheit sei nicht verhandelbar. Eine Regierungsäußerung oder politische Äußerung, dass Sicherheit kein verhandelbares Gut ist, passt mit der ganzen Bemühung, aus dem Atomenergieausstieg auszusteigen, nicht zusammen. Denn wenn Sicherheit nicht verhandelbar wäre, wäre die ganz klare Konsequenz daraus, die Meiler so schnell wie möglich abzuschalten. Krisentreffen der Kanzlerin mit ihren Ministerpräsidenten. Weil ihnen jetzt die Mehrheit im Bundesrat fehlt, stehen die Atompläne auf der Kippe. Müssen die Länder zustimmen? Eine heftig umstrittene Frage. Der neue Präsident muss entscheiden. Die Konzernchefs drängen die Kanzlerin. Die Laufzeitverlängerung muss kommen. Die Regierung verspricht eine Energiewende. Atomkraft soll nur eine Brücke bauen, zu Strom aus Sonne und Wind. Wir wollen unsere Klimaziele erreichen, richtig. Und deswegen wird die Kernenergie als Brückentechnologie für eine Zeit lang noch eingesetzt werden müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Als Brücke ins regenerative Zeitalter brauchen wir die Verlängerung der Laufzeiten für Kernkraftwerke. Erneuerbare Energien und Kernenergie sind kein Widerspruch. Sie sind zwei Seiten derselben Medaille. Lauchhammer in Brandenburg, bei einem großen Windradhersteller. Hier arbeiten sie an der Energiewende. Professor Hohmeier, der Sachverständige der Regierung, lässt sich die Produktion zeigen. Rund 1600 Rotorblätter verlassen jährlich das Werk. Das reicht für gut 500 Windenergieanlagen. Deren Strom entspricht der Leistung eines ganzen Kernkraftwerks. Wir sehen, dass die Nachfrage riesig ist und das Potenzial ist noch größer als die Nachfrage. Also geforderte Klimaschutz zu erreichen, behaupten die Konzerne. Tatsächlich gehe es ihnen um Rendite, entgegnen die Kritiker. Und Energiemanager sind erfinderisch, wenn es darum geht, den Atomausstieg zu unterlaufen. Beispiel Neckar-Westheim 1, ein Kernkraftwerk der ENBW. Dem zweitältesten Atommeiler Deutschlands droht das aus. Kurz vor der Bundestagswahl 2009 ist die vereinbarte Restlaufzeit fast verbraucht. ENBW hat ein Problem. Und eine Idee. Ein internes Strategiepapier belegt die Schattenplanung des Konzerns für das Kraftwerk Neckar-Westheim 1. Damit der Atommeiler weiter Gewinne abwirft, denken sich die Manager Optimierungsmöglichkeiten aus. Konkret den Verzicht auf Stromerzeugung, um die vereinbarte Reststrommenge heimlich über den Wahltag hinaus zu strecken. ENBW kennt den denkbaren Vorwurf. Wer Kraftwerksleistung zurückhält, gerät in den Verdacht der Preismanipulation. Vorbeugend wollen die ENBW-Strategen ausgewählte Kreise einweihen. Die Spitze der Landesregierung Baden-Württemberg, die CDU und FDP im Landtag und das Kanzleramt. Hans-Peter Willis ist Vorstandsvorsitzender der ENBW. Wir wollen wissen, wie der Energiekonzern seine Schattenplanung rechtfertigt. Der Pressesprecher greift ein. Interview unerwünscht. Brauerei Herle. Der Chef war ENBW-Kunde. Heute lässt er sich nichts mehr vormachen. Sinken der Energiepreise durch längere Laufzeiten? An dieses Versprechen von Politik und Atomwirtschaft glaubt er nicht. Das halte ich für ein Märchen. Die Strompreise sind in den letzten Jahren sehr stark gestiegen. Laufzeitverlängerung überhaupt dem Verbraucher? Nein, längere Laufzeiten für Kernkraftwerke bringen zwangsläufig höhere Gewinne, aber bestimmt nicht zwangsläufig niedrigere Strompreise. Der Grund, Kernkraftwerke wie Biblis stellen Strom zwar billig her, für rund zwei Cent die Kilowattstunde. Doch das kommt beim Kunden nicht an. Denn der Strompreis wird an der Börse gemacht. Da wird er durch Handel und Spekulation teurer. Die Folge für den Verbraucher, ob Atommeiler laufen oder nicht, für die Stromrechnung spielt das so gut wie keine Rolle. Wir haben im Jahr 2007 eine Situation gehabt, wo fast die Hälfte der deutschen Kernkraftwerke nicht am Netz waren, aus Sicherheitsgründen. Die Anlage hätte keinen Fehler mehr. Und dann ist genau der Fehler, der vorher schon bekannt war, wieder da. Dann hat er seine Berechtigung verwirkt. Jetzt kommen auch der Aufsichtsbehörde offenbar Zweifel. Sie lässt Wattenfalls Zuverlässigkeit prüfen. Das Gutachten steht aus. Kein Interview von Wattenfall dazu. Wolfgang Renneberg war bis Ende 2009 Abteilungsleiter Reaktorsicherheit der Bundesregierung. Sein wenig beruhigendes Fazit. Seit Jahren steigt die Anzahl der Störfälle. Sie sehen hier im unteren Bereich die neueren Anlagen, im oberen Bereich die älteren Anlagen. Deutlich erkennbar, dass es wesentlich mehr Vorkommnisse bei den älteren Anlagen gibt und dass die Zahl der Vorkommnisse zunimmt. Biblis, das älteste deutsche Kernkraftwerk, ging vor 35 Jahren ans Netz. Eigentlich sollte Block A in diesem Jahr abgeschaltet werden, denn er entspricht längst nicht mehr dem Stand von Wissenschaft und Technik. Für RWE kein Problem. Biblis soll weiterlaufen. Kein Kraftwerk kann als älteres Kraftwerk jeweils so gut sein wie ein ganz neues Kraftwerk. Man kann aber dafür sorgen, dass auch ältere Kraftwerke durch geeignete Nachrüstungsmaßnahmen einen eindeutigen, einwandfreien, genehmigungstechnischen Stand haben. Und auch sicher sind. Und das ist Biblis. Kritiker bestreiten das. In Biblis wären umfangreiche Nachrüstungen erforderlich. Ein modernes Sicherheitsdesign und eine externe Notwarte für den Katastrophenfall. All dies technisch und finanziell kaum zu leisten. Ich halte das allein aus Sicherheitsgründen für nicht verantwortbar, die älteren Anlagen über die festgelegten Laufzeiten hinaus zu betreiben. Kernkraftwerken drohen neue Risiken, die beim Bau keine Rolle spielten. Terrorangriffe. Heute ist bekannt, die Attentäter vom 11. September hatten ursprünglich einen Atomreaktor bei New York im Visier. In Deutschland ließ die Regierung 2002 die Folgen möglicher Terroranschläge aus der Luft untersuchen. Stark gefährdet wären die Meiler in Brunsbüttel, Biblis A, Philipsburg I und Isar I. Aber auch Biblis B, Unterweser, Neckar-Westheim I, Grundremmingen B und C und das Kernkraftwerk Krümmel. Ihre Stahlbetonhüllen halten einen gezielten Angriff mit einem großen Verkehrsflugzeug wahrscheinlich nicht stand. Die Auswirkungen nicht beherrschbar. Sicherheitsbehörden entwickelten einen Abwehrplan. Bei einem Angriff soll das Kraftwerk. Damals schon darauf hingewiesen, dass für uns die Kernagie ein wichtiger Bestandteil ist. Die Verhältnisse, die Rahmenbedingungen, unter denen wir handeln, haben sich massiv verändert. Nur mit Atomstrom sei der politisch geforderte Klimaschutz zu erreichen, behaupten die Konzerne. Tatsächlich gehe es ihnen um Rendite, entgegnen die Kritiker. Hier zur Anwendung kommen. Wenn ein Kernkraftwerk den hohen Sicherheitsbedingungen entspricht, dann muss man es betreiben dürfen. Heidelberg. Ulrich Kajer war fast 15 Jahre Manager in der Atomwirtschaft. Mit seinen Teams hat er Kernkraftwerke gebaut und gewartet. Sie kannten auch die Hochsicherheitsbereiche. Kajer hatte Vertrauen in die Technik bis zum 26. April 1986. Das war der Horror in dieser Branche, in den Nächten um Tschernobyl. Das vergesse ich in meinem Leben nie mit dem ganzen Team. Das Wissen, sowas hätten wir hier in Philippsburg oder in Biblis nicht beherrscht. So wie die Russen das getan haben. Die Russen konnten dann damals 20.000 Soldaten oder 5.000 Zwangsbefehlen. Wir hätten das nicht können. Wir hätten diesen Störfall nicht beherrscht. Ulrich Kajer zog Konsequenzen, stieg aus. Heute setzt er auf Strom aus Holz, baut mit Erfolg Bioenergiekraftwerke. Kajer ist sich sicher, die Kernkraft ist Technik von gestern. Auf Dauer nicht sicher. Der nächste große Unfall, für den Ingenieur nur eine Frage der Zeit. Tschernobyl war nicht singulär, so mag es der Öffentlichkeit erscheinen. Das war eine ganze Kette von Ereignissen damals in Russland, vorher, nachher, in Europa, in USA, in Deutschland. Die zeigten, sie waren nicht alle so schlimm, viele waren einen Millimeter davor. Die zeigten, die Technik hat Risiken und je älter eine Technik wird, umso größer sind die Risiken. Die kann man mit 0, irgendwas Prozent errechnen, aber sie sind auch nicht beherrschbar. 28. Juni 2007. Im Kernkraftwerk Krümmel vor den Toren Hamburgs brennt ein Transformator. Rauch dringt bis in die Leitwarte. Eine automatische Abschaltung des Reaktors verhindert Schlimmeres. Seitdem steht der Meiler des Stromkonzerns Vattenfall still. Heinz Smital ist Atomphysiker bei Greenpeace. Mit Sorge beobachtet er den Pannenreaktor. Der Vorfall hat eine ganze Kette von Mängeln aufgezeigt, von Fehlreaktionen der Bedienmannschaft, von systematischen Fehlern, dass der Zustand der Anlage als sehr bedenklich einzustufen ist. Risiken und je älter eine Technik wird, umso größer sind die Risiken. Die kann man mit 0, irgendwas Prozent errechnen, aber sie sind auch nicht beherrschbar. 28. Juni 2007. Im Kernkraftwerk Krümmel vor den Toren Hamburgs brennt ein Transformator. Rauch dringt bis in die Leitwarte. Eine automatische Abschaltung des Reaktors verhindert Schlimmeres. Seitdem steht der Meiler des Stromkonzerns Vattenfall still. Heinz Smital ist Atomphysiker bei Greenpeace. Mit Sorge beobachtet er den Pannenreaktor. Der Vorfall hat eine ganze Kette von Mängeln aufgezeigt, von Fehlreaktionen der Bedienmannschaft, von systematischen Fehlern, dass der Zustand der Anlage als sehr bedenklich einzustufen ist. Vattenfall teilt auf Nachfrage mit, die Vorfälle seien ohne sicherheitstechnische Bedeutung. Das Sicherheitssystem habe den Anforderungen entsprechend gearbeitet. Ich kann mit gutem Gewissen sagen, Herr Krümmel ist sicher. Als der Reaktor wieder hochgefahren wird, kommt es zu einem erneuten Störfall. Wieder der Trafo. Diesmal ist es ein Kurzschluss. Wenn ein Betreiber versichert, die Anlage hätte keinen Fehler mehr und dann ist genau der Fehler, der vorher schon bekannt war, wieder da, dann hat er seine Berechtigung verwirkt. Jetzt kommen auch der Aufsichtsbehörde offenbar Zweifel. Sie lässt Vattenfalls Zuverlässigkeit prüfen. Das Gutachten steht aus. Kein Interview von Vattenfall dazu. Wolfgang Renneberg war bis Ende 2009 Abteilungsleiter Reaktorsicherheit der Bundesregierung. Sein wenig beruhigendes Fazit, seit Jahren steigt die Anzahl der Störfälle. Sie sehen hier im unteren Bereich die neueren Anlagen, im oberen Bereich die älteren Anlagen. Deutlich erkennbar, dass es wesentlich mehr Vorkommnisse bei den älteren Anlagen gibt und dass die Zahl der Vorkommnisse zunimmt. Biblis, das älteste deutsche Kernkraftwerk, ging vor 35 Jahren ans Netz. Eigentlich sollte Block A in diesem Jahr abgeschaltet werden, denn er entspricht längst nicht mehr dem Stand von Wissenschaft und Technik. Für RWE kein Problem, Biblis soll weiterlaufen. Kein Kraftwerk kann als älteres Kraftwerk jeweils so gut sein wie ein ganz neues Kraftwerk. Man kann aber dafür sorgen, dass auch ältere Kraftwerke durch geeignete Nachrüstungsmaßnahmen einen eindeutigen, einwandfreien, genehmigungstechnischen Stand haben und auch sicher sind. Und das ist Biblis. Kritiker bestreiten das. In Biblis wären umfangreiche Nachrüstungen erforderlich. Ein modernes Sicherheitsdesign und eine externe Notwarte für den Katastrophen. Biblis, eines der ältesten Kernkraftwerke Deutschlands. Eine Geldquelle für den Energiekonzern RWE. Allein 2009 600 Millionen Euro Gewinn. Volker Heck ist RWE-Sprecher. Einzig der Stromkonzern aus Essen ist bereit, sich vor der Kamera zu den Plänen der Atomwirtschaft zu äußern. Keine Interviews von E.ON, Vattenfall und ENBW. Die Position von RWE eindeutig. Kernenergie sei gut für Verbraucher, Wirtschaft und Klima. Eine Laufzeitverlängerung notwendig. Die deutschen Kernkraftwerke sorgen für eine stabile, wettbewerbsfähige Grundlast, also Strom, der rund um die Uhr produziert wird. Und damit auch für eine sichere Versorgung dieses Industriestandorts. Wenn wir unsere Kunden fragen, ist für die das Thema Preiswürdigkeit ganz weit oben. Und die Kernenergie sorgt dafür, dass die Preise stabil bleiben, respektive gegenüber dem Ausstiegsfall deutlich niedriger ausfallen können. Berlin-Regierungsviertel. Prof. Olaf Hohmeier ist offizieller Ratgeber der Bundesregierung für Umweltfragen, berufen von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der Ökonom erforscht seit Jahren Deutschlands Energiezukunft. Er und der Sachverständigenrat haben nachgewiesen, der Atomausstieg ist machbar. Den Atomkurs der Regierung hält er für falsch. Der Ausstieg aus dem Ausstieg ist offensichtlich ein Gefallen, den man vor langer Zeit schon großen Energiekonzernen versprochen hat. Er macht inhaltlich keinen Sinn. Das ist im Moment die völlig falsche Entscheidung energiepolitisch. Wir müssten den Ausstieg aus der Kernenergie weiter durchziehen. Und nutzt denn die Laufzeitverlängerung überhaupt dem Verbraucher? Nein, längere Laufzeiten für Kernkraftwerke bringen, zwangsläufig höhere Gewinne, aber bestimmt nicht zwangsläufig niedrigere Strompreise. Der Grund, Kernkraftwerke wie Biblis stellen Strom zwar billig her, für rund zwei Cent die Kilowattstunde. Doch das kommt beim Kunden nicht an. Denn der Strompreis wird an der Börse gemacht. Da wird er durch Handel und Spekulation teurer. Die Folge für den Verbraucher, ob Atommeiler laufen oder nicht, für die Stromrechnung spielt das so gut wie keine Rolle. Der Börse gemacht. Da wird er durch Handel und Spekulation teurer. Die Folge für den Verbraucher, ob Atommeiler laufen oder nicht, für die Stromrechnung spielt das so gut wie keine Rolle. Wir haben im Jahr 2007 eine Situation gehabt, wo fast die Hälfte der deutschen Kernkraftwerke nicht am Netz waren. Aus Sicherheitsgründen, aus Wartungsgründen. Und wir haben auf den Strommärkten überhaupt keine Reaktion gesehen. Die Hoffnung auf sinkende Strompreise durch Laufzeitverlängerung gehört zu den großen Mythen der ganzen Debatte. Felix Mattes hat genau berechnet, wie viel Geld eine Laufzeitverlängerung den Energiekonzernen zusätzlich in ihre Kassen spült. Im Sommer 2010 sind in Deutschland 17 Kernkraftwerke in Betrieb. Jeder dieser Meiler fährt täglich rund eine Million Euro Gewinn ein, wenn er denn läuft. Längere Laufzeiten wären ein Milliardengeschäft. Beim gegenwärtigen Strompreis und bei acht Jahren längerer Laufzeit kassiert Vattenfall rund 3,7 Milliarden Euro zusätzlich. ENBW rund 11 Milliarden Euro, RWE rund 14 Milliarden Euro, E.ON rund 21,6 Milliarden Euro. Zusammen sind das über 50 Milliarden Euro. Sollten die Laufzeiten gar um 28 Jahre verlängert werden, könnten die Zusatzprofite der Kraftwerksbetreiber auf über 225 Milliarden Euro steigen. Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken sind der einzige Garant, dass die großen Stromproduzenten ohne Veränderung ihres bisherigen Geschäftsmodells weiterhin Milliardengewinne scheffeln können. 11. Juni 2001, Rot-Grün beschließt den Atomausstieg, zusammen mit den großen vier Energiekonzernen. ENBW, RWE, die norddeutsche HEW und E.ON hatten sich verpflichtet, ihre Kernkraftwerke Schritt für Schritt abzuschalten. Nach insgesamt 32 Betriebsjahren sollte endgültig Schluss sein. Die Vereinbarung ist ein erster Schritt. Entscheidend ist, dass beide Seiten sich auch in Zukunft an ihren Inhalt und Geist gebunden fühlen. Wir sind dazu bereit. Von dieser Bereitschaft wollen die Konzerne heute nichts mehr wissen. Das ist ein Wortbruch. Ehrbare Kaufleute handeln anders. Dieser Ausstieg wurde bezeichnet als Bestandteil eines umfassenden Energiekonzeptes, das noch erarbeitet werden sollte. Und die Konzerne haben sich verpflichtet. Wissen, ist Gorleben geeignet oder ist Gorleben nicht geeignet? Über diese Frage wird schon seit Jahrzehnten gestritten. Matthias Edler von Greenpeace hat rund 12.000 Aktenseiten aus den 70er Jahren zutage gefördert. Sie waren lange geheim und offenbaren, die Öffentlichkeit wurde von Anfang an in die Irre geführt. Die Akten sagen, es gab kein wissenschaftliches Auswahlverfahren, an dessen Ende als konsequentes Ergebnis Gorleben, der Salzstock-Gorleben, stand. Insofern kann man das nur als eine politische und zwar eine willkürliche Entscheidung bezeichnen. Mitte der 70er Jahre brummt das Geschäft mit der Kernenergie. Die Betreiber wissen schon damals nicht, wohin mit dem strahlenden Müll. Die Regierung Helmut Schmidt schreibt 1976 vor, ohne Endlager-Nachweis keine neuen Atomkraftwerke. Die Industrie ist aufgeschreckt, braucht dringend eine Lösung. Dieser Mann soll das Endlager finden. Damals war Professor Gerd Lüttich Chefgeologe in Niedersachsen und ist bis heute ein Befürworter der Kernkraft. Er untersuchte Anfang der 70er Jahre bundesweit 250 Standorte. Ich bin gebeten worden, eine Klassifikation vorzunehmen in Klassen unterschiedlicher Eignung. Und da gab es eine erste und eine zweite Klasse und weder in der ersten noch in der zweiten Klasse kam Gorleben vor. Professor Lüttich hatte andere Endlager-Favoriten. Malberg im Südwesten Deutschlands und Sohlhöhe in Nordbayern. Oberwesel am Rhein, aber auch Lüthau in Schleswig-Holstein. Die besten vier Standorte aber liegen in Niedersachsen. In Uchte, Fassberg, Aalden und Wahn. Der vertrauliche Bericht empfiehlt diese vier Standorte. Gorleben ist nicht dabei. Landtag Hannover 1976. In Niedersachsen wird Ministerpräsident Ernst Albrecht gewählt. Er und die Union sind zwar für Atomkraft, doch die vorgeschlagenen Endlagerorte passen ihnen nicht. Zu unpopulär. Albrecht lässt neu suchen im entlegenen Wendland an der Grenze zur DDR. Gorleben kam erst im November 1976 ins Spiel. Wir haben den ersten Vermerk in den Akten des Niedersachsenen Umweltministeriums vom 18.11.76 gefunden. Da heißt es in einem handschriftlich Nun, Doppelpunkt, Landkreis Lüchow-Dannenberg. Ging dem eine ausführliche Untersuchung voraus? Nein, Gorleben tauchte vorher in den Akten überhaupt nicht auf. Edler stößt auf ein TÜV-Gutachten der Albrecht-Regierung von 76. Auf über 80 Seiten ist von Gorleben keine Rede in die Irre geführt. Die Akten sagen, es gab kein wissenschaftliches Auswahlverfahren, an dessen Ende als konsequentes Ergebnis Gorleben, der Salzstock-Gorleben, stand. Insofern kann man das nur als eine politische und zwar eine willkürliche Entscheidung bezeichnen. Mitte der 70er Jahre brummt das Geschäft mit der Kernenergie. Die Betreiber wissen schon damals nicht, wohin mit dem strahlenden Müll. Die Regierung Helmut Schmidt schreibt 1976 vor, ohne Endlager-Nachweis keine neuen Atomkraftwerke. Die Industrie ist aufgeschreckt, braucht dringend eine Lösung. Dieser Mann soll das Endlager finden. Damals war Professor Gerd Lüttich Chefgeologe in Niedersachsen und ist bis heute ein Befürworter der Kernkraft. Er untersuchte Anfang der 70er Jahre bundesweit 250 Standorte. Ich bin gebeten worden, eine Klassifikation vorzunehmen in Klassen unterschiedlicher Eignung. Und da gab es eine erste und eine zweite Klasse und weder in der ersten noch in der zweiten Klasse kam Gorleben vor. Professor Lüttich hatte andere Endlager-Favoriten. Malberg im Südwesten Deutschlands und Sohlhöhe in Nordbayern. Oberwesel am Rhein, aber auch Lüthau in Schleswig-Holstein. Die besten vier Standorte aber liegen in Niedersachsen. In Uchte, Fassberg, Aalden und Wahn. Der vertrauliche Bericht empfiehlt diese vier Standorte. Gorleben ist nicht dabei. Landtag Hannover 1976. In Niedersachsen wird Ministerpräsident Ernst Albrecht gewählt. Er und die Union sind zwar für Atomkraft, doch die vorgeschlagenen Endlager-Orte passen ihnen nicht. Zu unpopulär. Albrecht lässt neu suchen im entlegenen Wendland an der Grenze zur DDR. Gorleben kam erst im November 1976 ins Spiel. Wir haben den ersten Vermerk in den Akten des Niedersachsenen Umweltministeriums vom 18.11.76 gefunden. Da heißt es in einem handschriftlich, nun, Doppelpunkt, Landkreis Lüchow-Dannenberg. Ging dem eine ausführliche Untersuchung voraus? Nein, Gorleben tauchte vorher in den Akten überhaupt nicht auf. Edler stößt auf ein TÜV-Gutachten der Albrecht-Regierung von 1976. Auf über 80 Seiten ist von Gorleben keine Rede. Kurz danach aber taucht die Seite mit der Ergebnistabelle ein zweites Mal auf. Jetzt mit der handschriftlichen Ergänzung Gorleben. Wer diese Akten hatten sich verpflichtet, ihre Kernkraftwerke Schritt für Schritt abzuschalten. Nach insgesamt 32 Betriebsjahren sollte endgültig Schluss sein. Die Vereinbarung ist ein erster Schritt. Entscheidend ist, dass beide Seiten sich auch in Zukunft an ihren Inhalt und Geist gebunden fühlen. Wir sind dazu bereit. Von dieser Bereitschaft wollen die Konzerne heute nichts mehr wissen. Das ist ein Wortbruch. Ehrbare Kaufleute handeln anders. Dieser Ausstieg wurde bezeichnet als Bestandteil eines umfassenden Energiekonzeptes, das noch erarbeitet werden sollte. Und die Konzerne haben sich verpflichtet, genauso wie die Bundesregierung, für die Umsetzung dieser Vereinbarung dauerhaft einzutreten. Wir werden nicht vertragsbrüchig. Wir haben damals die Vereinbarung unterschrieben. Wir haben sehr deutlich damals schon darauf hingewiesen, dass für uns die Kernregie ein wichtiger Bestandteil ist. Die Verhältnisse, die Rahmenbedingungen, unter denen wir handeln, haben sich massiv verändert. Nur mit Atomstrom sei der politisch geforderte Klimaschutz zu erreichen, behaupten die Konzerne. Tatsächlich gehe es ihnen um Rendite, entgegnen die Kritiker. Wir müssen hier zur Anwendung kommen. Wenn ein Kernkraftwerk den hohen Sicherheitsbedingungen entspricht, dann muss man es betreiben dürfen. Heidelberg. Ulrich Kajer war fast 15 Jahre Manager in der Atomwirtschaft. Mit seinen Teams hat er Kernkraftwerke gebaut und gewartet. Sie kannten auch die Hochsicherheitsbereiche. Kajer hatte Vertrauen in die Technik. Bis zum 26. April 1986. Es war der Horror in dieser Branche, in den Nächten um Tschernobyl. Das vergesse ich in meinem Leben nie mit dem ganzen Team. Das Wissen, so was hätten wir hier in Philippsburg oder in Biblis nicht beherrscht. So wie die Russen das getan haben. Die Russen konnten dann damals 20.000 Soldaten oder 5.000 Zwangsbefehlen. Wir hätten das nicht können. Wir hätten diesen Störfall nicht beherrscht. Ulrich Kajer zog Konsequenzen, stieg aus. Heute setzt er auf Strom aus Holz, baut mit Erfolg Bioenergiekraftwerke. Kajer ist sich sicher, die Kernkraft ist Technik von gestern. Auf Dauer nicht sicher. Der nächste große Unfall, für den Ingenieur nur eine Frage der Zeit. Tschernobyl war nicht singulär. So mag es der Öffentlichkeit erscheinen. Das war eine ganze Kette von Ereignissen damals in Russland, vorher, nachher in Europa, in USA, in Deutschland. Die zeigten, sie waren nicht alle so schlimm. Viele waren einen Millimeter davor. Die zeigten. Wir sind dazu bereit. Von dieser Bereitschaft wollen die Konzerne heute nichts mehr wissen. Das ist ein Wortbruch. Ehrbare Kaufleute handeln anders. Dieser Ausstieg wurde bezeichnet als Bestandteil eines umfassenden Energiekonzeptes. Das noch erarbeitet werden sollte. Und die Konzerne haben sich verpflichtet, genauso wie die Bundesregierung, für die Umsetzung dieser Vereinbarung dauerhaft einzutreten. Wir werden nicht vertragsbrüchig. Wir haben damals die Vereinbarung unterschrieben. Haben sehr deutlich damals schon darauf hingewiesen, dass für uns die Kernregie ein wichtiger Bestandteil ist. Die Verhältnisse, die Rahmenbedingungen, unter denen wir handeln, haben sich massiv verändert. Nur mit Atomstrom sei der politisch geforderte Klimaschutz zu erreichen, behaupten die Konzerne. Tatsächlich gehe es ihnen um Rendite, entgegnen die Kritiker. Und Energiemanager sind erfinderisch, wenn es darum geht, den Atomausstieg zu unterlaufen. Beispiel Neckar-Westheim 1, ein Kernkraftwerk der ENBW. Dem zweitältesten Atommeiler Deutschlands droht das aus. Kurz vor der Bundestagswahl 2009 ist die vereinbarte Restlaufzeit fast verbraucht. ENBW hat ein Problem. Und eine Idee. Ein internes Strategiepapier belegt die Schattenplanung des Konzerns für das Kraftwerk Neckar-Westheim 1. Damit der Atommeiler weiter Gewinne abwirft, denken sich die Manager Optimierungsmöglichkeiten aus. Konkret den Verzicht auf Stromerzeugung, um die vereinbarte Reststrommenge heimlich über den Wahltag hinaus zu strecken. ENBW kennt den denkbaren Vorwurf, wer Kraftwerksleistung zurückhält, gerät in den Verdacht der Preismanipulation. Vorbeugend wollen die ENBW-Strategen ausgewählte Kreise einweihen. Die Spitze der Landesregierung Baden-Württemberg, die CDU und FDP im Landtag und das Kanzleramt. Hans-Peter Willis ist Vorstandsvorsitzender der ENBW. Wir wollen wissen, wie der Energiekonzern seine Schattenplanung rechtfertigt. Der Pressesprecher greift ein. Interview unerwünscht. Brauerei Herle. Der Chef war ENBW-Kunde. Heute lässt er sich nichts mehr vormachen. Sinkende Energiepreise durch längere Laufzeiten. An dieses Versprechen von Politik und Atomwirtschaft glaubt er nicht. Das halte ich für ein Märchen. Schreibt 1976 vor, ohne Endlager-Nachweis keine neuen Atomkraftwerke. Die Industrie ist aufgeschreckt, braucht dringend eine Lösung. Dieser Mann soll das Endlager finden. Damals war Professor Gerd Lüttich Chefgeologe in Niedersachsen und ist bis heute ein Befürworter der Kernkraft. Er untersuchte Anfang der 70er Jahre bundesweit 250 Standorte. Ich bin gebeten worden, eine Klassifikation vorzunehmen in Klassen unterschiedlicher Eignung. Und da gab es eine erste und eine zweite Klasse und weder in der ersten noch in der zweiten Klasse kam Gorleben vor. Professor Lüttich hatte andere Endlager-Favoriten. Malberg im Südwesten Deutschlands und Sohlhöhe in Nordbayern. Oberwesel am Rhein, aber auch Lüthau in Schleswig-Holstein. Die besten vier Standorte aber liegen in Niedersachsen, in Uchte, Fassberg, Aalden und Wahn. Der vertrauliche Bericht empfiehlt diese vier Standorte. Gorleben ist nicht dabei. Landtag Hannover 1976. In Niedersachsen wird Ministerpräsident Ernst Albrecht gewählt. Er und die Union sind zwar für Atomkraft, doch die vorgeschlagenen Endlager-Orte passen ihnen nicht. Zu unpopulär. Albrecht lässt neu suchen im entlegenen Wendland an der Grenze zur DDR. Gorleben kam erst im November 1976 ins Spiel. Wir haben den ersten Vermerk in den Akten des niedersächsischen Umweltministeriums vom 18.11.76 gefunden. Da heißt es in einem handschriftlich, nun, Doppelpunkt, Landkreis Lüchow-Dannenberg. Ging dem eine ausführliche Untersuchung voraus? Nein, Gorleben tauchte vorher in den Akten überhaupt nicht auf. Edler stößt auf ein TÜV-Gutachten der Albrecht-Regierung von 1976. Auf über 80 Seiten ist von Gorleben keine Rede. Kurz danach aber taucht die Seite mit der Ergebnistabelle ein zweites Mal auf. Jetzt mit der handschriftlichen Ergänzung Gorleben. Wer diese Akte manipuliert hat und warum, ist unklar. Albrecht sagte mir, ich habe die Auswahl getroffen, ich habe Gorleben ausgewählt. Worauf ich sagte, Herr Dr. Albrecht, Sie wissen doch genau, dass Gorleben gar nicht auf meiner Liste steht. Auf der Liste der vordringlichen oder besonders gut geeigneten Salzstöcke. Ja, das macht nichts. Das ist jetzt eine... In Niedersachsen wird Ministerpräsident Ernst Albrecht gewählt. Er und die Union sind zwar für Atomkraft, doch die vorgeschlagenen Endlagerorte passen ihnen nicht. Zu unpopulär. Albrecht lässt neu suchen im entlegenen Wendland an der Grenze zur DDR. Gorleben kam erst im November 1976 ins Spiel. Wir haben den ersten Vermerk in den Akten des niedersächsischen Umweltministeriums vom 18.11.76 gefunden. Da heißt es in einem handschriftlich, nun, Doppelpunkt, Landkreis Lüchow-Dannenberg. Gegen dem eine ausführliche Untersuchung voraus? Nein, Gorleben tauchte vorher in den Akten überhaupt nicht auf. Edler stößt auf ein TÜV-Gutachten der Albrecht-Regierung von 1976. Auf über 80 Seiten ist von Gorleben keine Rede. Kurz danach aber taucht die Seite mit der Ergebnistabelle ein zweites Mal auf. Jetzt mit der handschriftlichen Ergänzung Gorleben. Wer diese Akte manipuliert hat und warum, ist unklar. Albrecht sagte mir, ich habe die Auswahl getroffen, ich habe Gorleben ausgewählt. Und, worauf ich sagte, Herr Dr. Albrecht, Sie wissen doch genau, dass Gorleben gar nicht auf meiner Liste steht. Auf der Liste der vordringlichen oder besonders gut geeigneten Salzstöcke. Ja, das macht nichts. Das ist jetzt eine politische Entscheidung. Heute, über 30 Jahre später, will ein Untersuchungsausschuss des Bundestages diese undurchsichtige Geschichte aufklären. Für die Opposition ist klar, Gorleben soll damals wie heute als Endlager durchgedrückt werden. Heute schon argumentieren die Konzerne, sie hätten 1,5 Milliarden bereits investiert und das könnte nicht in den Windgeschossen sein, das Geld. Also wie werden Sie wohl argumentieren, wenn jetzt sieben Jahre weiter erkundet wird? Das ist nicht ergebnisoffen. Es läuft daraus rauf, es soll darauf hinauslaufen, dass in Gorleben eingelagert wird. Wohin bloß mit dem strahlenden Müll? Das ungelöste Endlagerproblem stellt für Konservative wie den Abgeordneten Josef Göppel von der CSU die Atomkraft grundsätzlich in Frage. Das Endlagerproblem ist aber in keiner Weise gelöst. Wir haben keine berechtigte Hoffnung, dass der Atommüll so sicher für tausende von Jahren abgeschlossen werden kann, dass er keine Probleme verursacht. Und da liegt für mich das ethische Problem, für einen wertkonservativen Menschen ist die Endlagerfrage und die Belastung der kommenden Generationen der entscheidende Punkt. Ulrich Schneider ist Geologe, war schon Anfang der 80er Jahre bei Pro... Aus dem Atomenergieausstieg auszusteigen, nicht zusammen. Denn wenn Sicherheit nicht verhandelbar wäre, wäre die ganz klare Konsequenz daraus, die Meiler so schnell wie möglich abzuschalten. Krisentreffen der Kanzlerin mit ihren Ministerpräsidenten. Weil ihnen jetzt die Mehrheit im Bundesrat fehlt, stehen die Atompläne auf der Kippe. Müssen die Länder zustimmen? Eine heftig umstrittene Frage. Der neue Präsident muss entscheiden. Die Konzernchefs drängen die Kanzlerin. Die Laufzeitverlängerung muss kommen. Die Regierung verspricht eine Energiewende. Atomkraft soll nur eine Brücke bauen. Zu Strom aus Sonne und Wind. Wir wollen unsere Klimaziele erreichen. Richtig. Und deswegen wird die Kernenergie als Brückentechnologie für eine Zeit lang noch eingesetzt werden müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Als Brücke ins regenerative Zeitalter brauchen wir die Verlängerung der Laufzeiten für Kernkraftwerke. Erneuerbare Energien und Kernenergie sind kein Widerspruch. Sie sind zwei Seiten derselben Medaille. Lauchhammer in Brandenburg, bei einem großen Windradhersteller. Hier arbeiten sie an der Energiewende. Professor Hohmeier, der Sachverständige der Regierung, lässt sich die Produktion zeigen. Rund 1600 Rotorblätter verlassen jährlich das Werk. Das reicht für gut 500 Windenergieanlagen. Deren Strom entspricht der Leistung eines ganzen Kernkraftwerks. Wir sehen, dass die Nachfrage riesig ist und das Potenzial ist noch größer als die Nachfrage. Also es wird weiter wachsen, das ist ganz sicher. Das bedeutet auch zukunftssichere Arbeitsplätze. Allein in Lauchhammer sind es 530. Die Rotorblätter made in Germany sind weltweit gefragt. Die Firma Vestas investiert gerade Millionen in neue Produktionsanlagen, will noch leistungsfähigere Windräder bauen. Riesige Investitionen in die Fertigung, in den Standort, in die Region natürlich, aber auch in die Technologie. Energiewende durch Rotorblätter, heißt es hier. Der Sachverständigenrat der Bundesregierung hat ausgerechnet, Wind, Sonne und Wasser können Deutschland in Zukunft mit Strom versorgen. Derzeit braucht Deutschland Projekte. Die S-Störung wurde aus der Luftfahrt abgelehnt und den Abschuss einer vollbesetzten Verkehrsmaschine, das hat das Verfassungsgericht untersagt. Wir fragen nach beim Bundesumweltminister. Der ist zuständig für die Sicherheit. Der ist zuständig für die Sicherheit.